Also ohne Spaß Wir sind manchmal geschmacklos Pervers Dumm Aber das ist echt Wir hatten Witze über Kinder in Afrika Wir hatten Hitlerwitze Wir hatten Judenwitze Aber das geht jetzt zu weit Das nehmen wir nicht rein Und die Sache ist Wir waren heute in einem Videospielladen in Köln Ja, es gibt in Köln einen neuen coolen Videospielladen Heißt GameStop Nein, in einem Videospielladen In einem coolen neuen Videospielladen Retro-Spiel heißt der Okay Und Dumm hat sich da ganz gut umgeguckt Wie viel Geld hast du dagelassen? Ich habe geplant 20 Euro dazulassen Und habe 40 da gelassen Aber Gute Spiele Also gute Sachen Ja, also die Der Auswahl bei NES und SNS war jetzt nicht so riesig Also generell bei Nintendo Sachen Bei Spielen War nicht so furchtbar groß Wie sah es für Playstation aus? Playstation 1 Hatte ja auch ein paar da, aber auch nicht so viel Dreamcast auch nicht so viel Warum war denn der Focus dann? Also er hat viel Sega Sachen Also Sega Sachen hat er echt am meisten Und was er viel hat ist Konsolen Ja Vor allen Dingen Homebrew Konsolen Also getrippte Konsolen hat er so ungefähr alles da Eine PS2 Der hat eine getrippte PS2-Stars Alter Egal Der hat Der hat Home Wie heißt es? Custom-Made Gameboys da Gameboys Alte Gameboys Im Zelda-Design Mit Hintergrundbeleuchtung Oh, wie fett Eine ganze Sammlung von Gameboys mit Hintergrundbeleuchtung Ja Ungefähr jede Konsole gechippt und aus jedem Land Könntest du mir dann einen Gefallen tun Und das nächste Mal, wenn du da bist, gucken Wie teuer so eine PS2 oder PS2 Slim gechippt wäre 100 Euro 100? 100 Euro Okay, ist günstiger als eine gebrauchte PS2 Slim Dings Auf Ebay Weil meine Der Chip bei meiner PS2 ist halt im Arsch Das heißt, ich kann meine ganzen importierten Spiele nicht spielen Und ich hab ja noch Rogue Galaxy Die USA-Version, die ich mir damals bei Ebay geholt hab Und das würde ich gerne endlich durchspielen Nur ich kann halt nicht, weil der Chip im Arsch ist Deswegen Rogue Legacy Rogue Legacy PS2 Ja, Rogue Legacy für PS2 Hä, ist das nicht ein Indie-Game für Steam, was vor zwei Jahren rausgekommen ist? Oh nee, warte, was? Rogue Galaxy? Du hast gerade Galaxy gesagt, ja Ah, ich hab Legacy verstanden Okay, nee, ich meinte Rogue Galaxy Nee, nee Okay Ähm Ich höre nur das, was ich hören will Genau Die Sache ist, ich möchte jetzt auch Das klingt jetzt wie schamlose Werbung, die ich für den Laden machen will Das stimmt auch Ich fand den Laden echt super Der Typ, der war total sympathisch Oh ja Die Preise sind halt echt fair Aha Ähm, was hab ich mir geholt? Ich hab mir Claymates für Super Nintendo geholt Bietet der irgendeine Art von Garantie eigentlich an? Und der Google-Kreis im Hotel Field 40 Euro bezahlt Also 2 N64 und ein SNS-Spiel Die Preise sind vergleichbar mit dem, was man auf Amazon, Ebay bezahlen würde halt Also völlig in Ordnung Okay Ja, ich kann da nochmal, äh, ausführen Dieser Shop ist verdammt gut Er hat, äh, den, er hat sehr viele gute Spiele Auch, er hat auch, äh, ja gut Ähm, allerdings, äh, gibt's irgendeine Art von Garantie, die er anbietet? Shop intern? Äh, nicht, dass ich wüsste Also, er verkauft halt teilweise sogar noch Sachen, äh, die sind, äh, neuen Zustand Ja gut, dann muss er ja Garantie drauf sein, ansonsten geht's ja nicht bei Neusein Ja, er kauft die Sachen halt auch nur an, anscheinend Du kannst auch seine Sachen da verkaufen Das ist aber schon dieser Laden, wo ich, den ich mal, äh, den ich, der auch diese Kickstarter-Kampagne hatte Nee, äh, die Go-Go Genau, ja, Retro-Spiel heißt der Der war auch bei Super-Level, äh, haben sie da einen Titel drüber gemacht Oh, und, also, der hatte auch für den, für den Start-Up hatte er eine Kampagne Genau, ja Ah, cool Und der Laden hat jetzt Jaja, bei uns gerade noch, ja Das war aber auch eher so eine Pre-Buy-Sache Also, du hast halt wirklich Artikel bekommen Also, er hatte so irgendwie Sachen im Angebot, du konntest die kaufen Das ist eigentlich cool, das ist eine gute Idee Und hast dann halt quasi einfach nur das vorzufinanzieren Hat er das über Kickstarter gemacht, oder hat er das über Startnext gemacht, das deutsche oder amerikanische? Das war, glaube ich, Startnext oder Indiegogo Startnext, ich weiß es gerade auch nicht mehr, ich glaube, Indiegogo sogar Oh, wow, okay, cool Und es sind halt auch, äh, teilweise richtig guten Zuständen, äh, Games dabei aus Japan, aus Amerika Wow Also, das ist schon krass Also, das ist, das ist geil, das ist, ja, das schadet, dass ich hier in Mannheim bin Und kein Geld hat Und, äh, ja Aber ja, nee, der perfekte Ort, um noch nachträglich Geburtesgeschenke für mich zu holen Ähm Hi und herzlich willkommen zu Folge Folge 41 des Sonnenbonbon-Podcasts Letztes Mal haben wir über Ocarina of Time geredet Wollten eigentlich noch über Majora's Mask kriegen Aber da haben wir uns gedacht, nee, wisst ihr was, das schieben wir auf den nächsten Und darüber geht's dann auch heute The Legend of Zelda Majora's Mask Heute haben wir dabei den lieben Flo Hallo Den Dominik Guten Tag Und den Ben Ein guter Wie Ich bin Bartosz A.K.A. Brad Song von Victory Road Und ich würde sagen, wir springen eigentlich direkt rein Wie immer ganz klassisch mit dem Release-Termin The Legend of Zelda Majora's Mask Für Nintendo 64 In Japan erschienen am 27.04.2000 USA 26.10. Und Europa 17.11. Also halt der Westen Um einiges später, wenn wir das jetzt mit Ocarina of Time vergleichen Was halt fast zeitgleich erschienen ist Ähm Mit halt paar Wochen Unterschied teilweise Und halt Die Release-Zeiten für Gamecube sind dieselben Weil da gab's das halt In dieser Sonderedition, die wir das letzte Mal schon erwähnt haben Die man über den Was war das? Club Nintendo bekommen konnte? Über das Nintendo Magazin Irgendwie sowas meinten wir ja Über diesen Sternen Genau, Sterne-Katalog war's So, ähm Wie lange nach Ocarina of Time ist es rausgekommen? Ähm In Japan In Japan eineinhalb Jahre ungefähr später Äh, bei uns fast genau zwei Jahre Oh je Ich hätt gedacht, bei uns wär's 2000 gewesen Ja, ist es ja auch 2000 Ach so Überall 2000 Finde ich aber auch wirklich krass Ich meine, das ist jetzt Oh gut, das ist halt jetzt 14 Jahre her Aber ich war Ich war 13 Und das ist jetzt so Jetzt kommen wir so mit den Spielen In die In die 2000er In die Millenniums-Zeiten Und Ähm Keine Ahnung Ich hab Gefühlt Gehört irgendwie So Majora's Mask Noch so in die 90er Aber Deswegen war ich ein bisschen erstaunt Dass es halt 2000er schon war Nup Das war auf jeden Fall 2000er Das ist krass Ich erinnere mich gerade Dass ich mir Majora's Mask Damals gekauft habe Und gleichzeitig ein Paket mit Tenshimuyo VHS Ha Ankam Was zur Hölle Interessante Erinnerung Hast du das auch gesehen, oder? Ja, das hab ich damals geschaut Oh Gott Das war so die Einstiegsdroge In diese Anime-Sachen Tenshimuyo? Echt? Ach Gott Äh Naja Gut, dann würde ich sagen Wie immer Äh Bei den anderen Wie schon bei den anderen Zelda-Games Plot und Setting Ähm Beim Plot verfahren wir jetzt Denk ich mal so Wie wir das bei Ocarina of Time Gemacht haben Wir erzählen uns Wie Äh Das alles Im Endeffekt begann Ähm Lassen den Mittelteil weg Weil das muss ja nicht unbedingt sein Und können auch so ein bisschen Aufs Ende eingehen Ähm Und Ja Wer Wer ist hier denn Ich würde eigentlich sagen So Domme Flo Ihr macht ja auch Auf eurem Kanal Blöd Bros Das Majora's Mask Let's Play Wollt ihr darauf eingehen Oder Ben Willst du darauf eingehen Ich denke Das können durchaus Domme und Flo Okay Gut, dann Jungs Äh Haut rein Äh Gebt mir mal ein flottes Das ist ziemlich scheiße Weil wir haben das Ende noch nicht gesehen Und ich will es mir eigentlich nicht spoilern lassen Ja dann Wir müssen ja über das Ende nicht reden Ich muss ja auch sagen Äh Jetzt Äh War das letzte Woche Wurde auf der Nintendo Direct Auch angekündigt Dass Majora's Mask Für den 3DS rauskommt Und ich hatte ja auch Mehrmals gesagt Dass Majora's Mask Äh Dass ich es erst auf dem 3DS zocken werde Deswegen Eigentlich will ich mich auch nicht spoilern lassen Aber Es ist so ein altes Spiel Ich finde es Ich finde es lächerlich Sich über Spoiler von 14 Jahre alten Spielen Genau Es ist so alt Und wir haben mittlerweile So viele Videos wahrscheinlich Im Internet darüber gesehen Dass es eigentlich egal ist Oder Also man hat echt Ne Äh Nicht mal nach einem Jahr Hat man noch recht Sich über irgendwas aufzuregen Weil egal ob es jetzt um einen Film Oder eine Serie oder ein Spiel geht Man hat immer genug Zeit Es sich zu geben Wenn man es wirklich gucken möchte Alter das ist Ja ist aber so Was ich zu denken geben möchte Und das ist wirklich eine These Die ich vertrete Und dazu auch stehe Ähm Spoiler sind generell eigentlich Gar nicht mal so schlimm Weil Wenn man nicht so viel Mühe darin reinstecken würde Sich quasi über den Spoiler aufzuregen Würde man den wahrscheinlich vergessen Bis es soweit ist Wahrscheinlich ja Ja Aber wie gesagt Weil ganz ehrlich Ich lese unglaublich häufig Spoiler Zu irgendwelchen Serien oder Spielen Die ich noch nicht gespielt habe Und das stört mich nicht weiter Und wenn es dann soweit ist Dann Manchmal hat man dann so ein Ah stimmt Das hatte ich mal gelesen Aber ansonsten ist ja nichts Schlimmes bei Und selbst wenn man es noch weiß Dann achtet man vielleicht eher so auf Verschiedene Dinge Und das kann ja auch Das Spielerlebnis bereichern Wenn man zum Beispiel weiß Dass irgendwer der Böse ist Und er ist es am Anfang noch nicht Dann achtet man vielleicht drauf Und im Endeffekt muss man auch ganz klar sagen Spiele sind ein interaktives Medium Es geht ja nicht einfach nur darum Die Story irgendwie zu hören Oder was auch immer Es geht ja auch wirklich darum Das Spiel zu erleben Und das kann einem niemals gespoilert werden Keiner kann dir irgendwie Eine Erinnerung einpflanzen Davon wie du das Spiel gespielt hast Obwohl du es nie gemacht hast Deswegen ist es halt suboptimal Sich da jetzt wirklich so krass Darüber aufzuregen Wie dem Lange Rede Kurzer Sinn Es gibt Spoiler Und ihr habt kein Recht Euch darüber aufzuregen Genau das Also Jungs haut rein Flo möchte zu Soll ich Es geht ja jetzt erstmal nur um den Anfang Flo deswegen Ja nein 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 Ich bin der letzte Mensch Der sich über Spoiler oder sowas aufregt Das wollte ich nur noch sagen Ja wir arbeiten im Kino Ich spoilere mich die ganze Zeit Ja ich lese auch Wikipedia Artikel zum Film Die ich eine Woche später gucke oder so Ja oder während dem Film einfach mal lesen Wie der Film aufhört Ne sowas meine ich nicht Ich gucke dann über den Film Also Aber ja Genau also es fängt an mit einem In einer stürmischen Nacht Wie jedes Ne fängt es nicht Ist schon falsch Ich war Ich wollte es nur noch mal sagen Weil ich das das letzte Mal so gut gefand Ne Nein es fängt halt damit an Das Link Wer reitet geschwind durch Nacht und Wind Oder wie ging das nochmal Der irgendwie Der reitet so spät Durch Nacht und Wind Das ist der Vater mit seinem Kind Es ist der Link mit seiner Elfe Ah stimmt das ist der Vater Mit seinem Kind Ne eben ohne seine Elfe Genau Eben Weil er sucht sie ja Perfekte Überleitung Bitteschön Und dabei wird er Bei der Suche Wird er im Wald Vom sogenannten Skull Kid Das man schon aus Ocarina of Time glaube ich kennt Ne das ist Ja Skull Kid Ne das Skull Kid gab es Ocarina of Time Der Junge mit der Flöte Ja Der Junge mit der Flöte Das ist Horror Kid Oh Jaja Horror Kid Genau Horror Kid ist Skull Kid Im Grunde Wenn ich das richtig verstanden habe Achso Horror Kid ist im Englischen Oder eins Eins von Diesen Skull Kits Weil die werden ja anscheinend so Wenn sie sich da verlaufen Achso Ähm Auf jeden Fall Äh Unterbricht er diese Suche Äh Und Äh Klaut Link sein Pferd Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Genau Und die Ocarina Und die Ocarina Genau ja Und er hat halt Zwei Feen Merkwürdigerweise Ja Was macht man jetzt natürlich Warte Das ist nicht so wichtig Er hat einfach zwei Feen Ja aber war das nicht irgendwie so Das eine der Feen irgendwie dunkel ist Und die andere ist hell Irgendwie sowas Ja aber das ist auch nicht so wichtig Okay Schade Das ist einfach zwei Feen Die Trillen Ich find das aber schon wichtig Ja Aber ja okay Machen wir mal Egal Ähm Man rennt ihm jetzt halt hinterher Und landet dann Noch nicht Ne Ne da kommt erst vorher noch was Oder Dommer Bitte Davor kam noch was oder Man landet noch nicht direkt Äh In dieser Anderen Welt Na man erst verwandt Ne man landt Die Frage ist natürlich Wann genau landet man In der anderen Welt Aber man wird erstmal Natürlich an Deku verwandelt Ja Aber doch erst nachdem man in der anderen Welt ist Ja nachdem man in das Loch gefallen ist Also man rennt ihn erstmal hinterher und Äh Fällt in ein Loch rein Fällt in ein Loch Okay Und dann wird man verwandelt Das Loch ist Das Loch erinnert übrigens ziemlich Äh An Alice in Wonderland Fand ich Hm Alice in Wonderland Ja Der Vergleich ist berechtigt Ähm Jedenfalls landet man halt Kommt halt irgendwo an Man weiß nicht wo man ist Beziehungsweise wirkt anscheinend alles fremd Und äh Wird in ein Deku verwandelt Dann vom äh Skull Kid Oder Horror Kid Ähm Und ist halt erstmal verwundert Wandert ein wenig umher Und kommt dann in diesen Glockenturm an Und da trifft man dann zum ersten Mal den Maskenhändler Der Genau das macht Und Eine Maske von Mario hat Ey das war eine gerade zu gruselige Und jetzt Ganz ehrlich Als wir das gespielt haben Das ist der einzige Typ Im ganzen Spiel glaube ich Wo äh Jump Cuts benutzt werden Ja Ja Ähm Und zwar während des Dialoges Ja also erklärt einem halt Was passiert ist Das Horror Kid hat die Äh Die Majora's Maske geklaut Und die ist total böse Und total mächtig Und er braucht sie unbedingt wieder Und er sagt Äh Und erklärt halt Er rastet komplett aus Oh mein Gott Der Untergang der Welt Und ähm Er sagt halt Wenn man ihm hilft Die Maske zurückzuholen Dann hilft er einem wieder In Menschengestalt zurückzukommen Genau Und das alles in Jump Cuts Das war jetzt Das was ich sagen wollte Äh genau Das ist so die Die Prämisse Man kommt dann halt Nach Termina Wie es sich herausstellt Äh Ist eine Ist das eine Parallelwelt Im Grunde Genau Genau Nach Unruhstadt Und ja Wie heißt sie im Original eigentlich Äh Also im Englischen Clock Town Und Termina Ist dann die Welt In der man sich Oder das Wie ist das dann Termina ist Nee Termina ist die Welt In der man sich Termina ist die Welt Und genau Und Unruhstadt ist so die Ist so die Stadt in der Mitte Das genau Die liegt in der Mitte Und die feiern anscheinend Äh Sind dabei Vorbereitungen zu treffen Für ein Fest was ansteht Genau Und Karneval Ähm Karneval der Masken Heißt das Okay Ich glaube schon Genau Und dann kannst du Eigentlich auch weitermachen Ja Ich hab grad den Faden verloren Ja es ist halt Äh Alle bereiten sich auf das Ding vor Äh Aber da ist halt eine Sache Die irgendwie Störend ist Und zwar ist da ein riesiger Riesiger Mond Der ein Gesicht hat Und auf die Erde Zu klatschen droht Und wie sich Rauch stellt Wird dieser Mond Innerhalb von drei Tagen Tatsächlich auf die Erde Draufklatschen Und alle umbringen Das ist nicht so gut Nicht wirklich Äh Heißt man hat drei Tage Zeit Äh Rauszufinden Was überhaupt Sache ist Und überhaupt Ähm Man macht dann quasi In dem Anfang des Spiels Macht man eine kleine Fetch Quest Äh In diesem ersten Drei-Tages-Zyklus Mhm Und trifft dann am Ende Des dritten Tages Oben auf der Auf der Spitze des Stockenturms Äh Auf das Horror-Kit Der Mond ist fast halt da Und das Horror-Kit Hat die Äh Ocarina in der Hand Und man schnappt es Dem Horror-Kit Die Ocarina abzunehmen Und spielt Man hat dann ein Flashback Zu Prinzessin Zelda Mit der man sich irgendwie Dann trotzdem angefreundet hat Damals Und die hat einem Die Ocarina gegeben Und die Hymne der Zeit Beigebracht Und die spielt man dann Und dann Können ja Freunde bleiben Genau Wir können ja Freunde bleiben Ich möchte nicht mit dir schlafen Aber ich bringe dir dieses Lied bei Wir haben das alle mitgemacht Story of my life Ja Und ähm Ja dann wird man halt zurück An den Äh An den Anfang Dieses Drei-Tages-Zyklus Zurückgebracht Äh Mit der Ocarina Das ist eine gute Sache Weil man da nicht stirbt Äh Man geht zum Maskenhändler zurück Äh Und der sagt so Ja Äh Hier du hast ein Ocarina wieder Geil Jetzt kann ich dir helfen Dich zurückzuverwandeln Dann bringt er einem anderes Lied bei Man wird zurückzuverwandelt Und dann sagt er Ja wo ist jetzt meine Maske Und das ist natürlich Eine sehr unangenehme Situation Weil man die Maske Nämlich nicht bekommen hat Unangenehm Unangenehm Und äh Das ist dann Die Aufgabe von da an Man muss in die vier Ecken Der Welt von Tournamental reisen Es gibt den Sumpf Es gibt die äh Eisberge Es gibt den Ozean Und es gibt Den Canyon Und äh Ja aber das Du musst jetzt auch dazu sagen Dass die Aufgabe halt ist Skull Kid aufzuhalten Und man Bekommt halt von dir Ein Fee halt die Nachricht Dass in jeder Ecke Von diesem Land halt Man soll Irgendwie die vier Dinge Da hinbringen Genau Stimmt Genau Die beiden Feen sind übrigens Geschwister Die eine Fee ist bei Horrorkit Die andere Fee ist bei dir Genau Die eine Fee Bei Horrorkit Das sagt so In den vier Ecken Da sind die vier Giganten Die musst du befreien Weil die helfen dir Richtig auf die Kacke zu hauen Genau Weil es geht halt darum Zu verhindern Dass dieser Mond halt auf die Äh Kam das mit dem Mond schon? Ja Aber kurze Frage Das ist ja auf die Erde gerade Ist es Ist es so Dass Hat der Fall Eine Mond Eine Verbindung Zu Majora's Mask Also das ist im Endeffekt Jetzt die Schuld Von Horrorkit Weil er die Majora's Mask Geklaut und aufgesetzt hat Dass der Mond fällt Genau Nein Also es ist nicht die Ja es ist die Schuld Da er die Maske Nicht kontrollieren kann Es ist die Magie Von Majora's Mask Die dafür sorgt Dass nicht nur der Mond Runterfällt Sondern dass im Moment Alles in dem Land scheiße ist Okay Okay Gut Danke Und die Fee Die man bekommt Die ist voll das Arschloch Das fand ich damals sehr schön Ich fand sie halt Wesentlich sympathischer als Navi Weil sie auch witzig war Ja Ich find sie genauso irrelevant Wie Navi Muss ich sagen Ja okay Aber wenn wir spielen Wir hören ihr ja auch nicht zu Die haben mehr Charakter Ja deswegen Ja aber wenn du ihr zuhören Wenn wir Darauf achten würden Dann würdest du merken Dass sie sympathisch ist als Navi Eben Die gehen eher so in Richtung Midnar Ja Genau ja Ja durchaus Guter Vergnügen Oh mein Gott Die Feen sind Ja Was wäre wenn die Feen Aus dem Schattenreich Kommen würden Ja was Huh Wenn die Feen quasi Wenn Midnar zum Beispiel Eine von diesen Feen wäre Achso Ja Und Leute aus diesem Aus diesem Schattenreich Wo Midnar lebt Eigentlich in unserer Welt Als Feen dargestellt sind Oder in der Welt von Hyrule Warte worauf willst du Worauf willst du überhaupt hinaus Nirgendwo rauf Ich wollte mir irgendeine Verbindung herbringen Achso Ähm Ich hab Ich hab echt für den Moment nicht gerafft Was du willst Und hatte so den Eindruck Wie von so einem Fiebertraum Weißt du Was Wenn die Feen Aus der Schattenwelt kommen Ah Die Feen Das ist überall Ah Ich hab Ich sitz hier auch mit Aluhut Das wisst ihr da nicht Immer Immer Äh Jedenfalls Man geht halt Zu den vier Bereiche Zu den vier Äh Tempeln Äh Das sind halt Waldwasser Ich fand diese vier Riesen damals Echt creepy Hab ich schon gesagt Ja aber ich fand die echt creepy Ähm Man findet auch einen Haufen Masken währenddessen Man macht Jedeweils einen Tempel Besiegt einen Endboss Äh Freit einen von vier Giganten Die total hässlich aussehen Und wie echt so Das sieht aus wie Leute die keinen Rumpf haben Das ist wirklich so ein Kopf Und Zwei Arme und zwei Beine Also sieht echt nicht so Ich weiß nicht Ich weiß nicht warum Aber ich find die saugruselig Irgendwie Ja weil die einfach Die sehen David Lynch Style aus Jedenfalls Alles in dem Spiel ist irgendwie gruselig Das stimmt Ähm Man hat die vier Ja aber besonders die Äh Geht zurück auf die Spitze vom Uhrenturm Ruft die vier Giganten Die halten den Mond auf Äh Und das Ende ist Äh Das Horror Die Maske Genau Die Maske Lässt Horror Kit fallen Und geht alleine in den Mond Und man folgt der Maske in den Mond rein Und da bekämpft man dann Die Maske Das ist geil Und wird ein Super Saiyajin Also Wow Das find ich richtig geil Das Das wusste ich nicht Das find ich echt cool Ja also quasi Das Horror Kit war von der Maske besessen Das Horror Kit war nicht böse Also ja Also Das wusste ich Aber ich wusste halt nicht Dass sie dann halt wirklich in den Mond reingeht Und alles Ja und man geht dann in den Mond rein Was da drin passiert Das sag ich jetzt nicht Weil das echt ganz cool ist Und freaky Aber man besiegt die Maske Der Mond geht zurück Da wo er hingehört Und alles ist gut Und ein neuer Tag bricht an Das ist jetzt auch etwas Interessantes Das sieht man Recht oft In japanischen Videospielen Ähm Beste Beispiele Final Fantasy 8 Die Monster kommen vom Mond Ähm Final Fantasy 9 ist ja auch so Ein bisschen was ähnliches Ähm Man hat sehr oft Findet man halt In japanischen Videospielen Diese Thematik des Mondes Als entweder der Ort Äh Der Ort des Bösen Oder der Ort Von dem das Böse kommt Find ich echt interessant Ich müsste da echt mal nachlesen Was das damit auf sich hat Hm Aber ja Über Iron Sky Genau Ja die Nazis vom Was Du hast was gesagt Von Böses vom Mond Ein klassischer japanischer Film Von Nazis Das liegt daran Dass Das Japaner Ja auch Achsenmächte waren Und deswegen wissen Dass auf dem Mond Böses lauert Genau Ähm Wir versuchen uns zu warnen Ja Aber hier Dings Äh Wie du schon meinst Äh Du sagst ja jetzt Du wirst ja nicht weiter erwähnen Was da los ist Weil das zu interessant ist Im Endeffekt Ähm Sollen wir dann hier jetzt Die Plot beenden Und dann zum Setting übergehen Was meinst du Können wir machen Okay Fühlst du nicht was noch zu sagen Äh Ja und also Wie gesagt jetzt bei dem Cast Äh I take the backseat Ähm Da ich halt wirklich so Gar keine Ahnung Von Majora's Mask hab Deswegen überlasst ihr das Setting Auf wieder euch Oh ein Glück ey Dass der die Fresse Ja Ich mag das Setting sehr Das Setting Das ist so Das ist so So interessant Der eine Satz Den Ben grundsätzlich In dem Podcast Zu irgendwas sagt Ja das mag ich sehr Und dann ist erstmal Eine halbe Stunde Ruhe Das ist Das ist Absicht Das ist mein Wiederkehrendes Merkmal Äh Ja das Setting Ist verdammt geil Die Gegenden In denen man sich rumbewegt Äh sind Äh Ich fand irgendwie Wesentlich interessanter Als zum Beispiel Bei Ocarina of Time Ja Sie sind auch Sie fallen nicht in Also irgendwo fallen sie Schon in dieses Schema Aber nicht so krass Ja Dieses typische Zelda Schema Was man halt immer hat Und du hast halt immer Dieses Niederdrücken Find ich So irgendwie Auf der ganzen Auf diesem ganzen Setting irgendwie Ja was ich halt Sehr cool finde So Als Vergleich Ocarina of Time Oder auch Twilight Princess Später Da wird halt so versucht So eine kohärente Welt Zu machen So Eine Welt Zusammenhängt aber so Was an Termina Echt geil ist Es ist so Offensichtlich Künstlich fast schon Es ist halt wirklich so Du hast deine Stadt In der Mitte Und du hast deine vier Thematischen Orte Die halt auch Als diese gekennzeichnet sind So Und Was denke ich mal Auch ganz interessant ist Weil im Endeffekt Ist es halt Das Thema des Spiels Ähm So wie ich das Auf jeden Fall Verstanden habe Dass halt Überschwebend Das Thema ist Ähm Wie man Wie man im Endeffekt Äh Damit dann zurechtkommt Dass Ein Ende Da Bevorsteht Und Das ist alles Es ist Fantheorie Es ist gut begründete Fantheorie Aber es gibt da nichts Offizielles Was das unterstützt Ja klar Es gibt nichts Offizielles Aber ich finde es halt Es ist sehr rund Und es passt halt genau Auf im Endeffekt alles Deswegen Aber das würde ich An's Ende packen Trotzdem Weil Ja da können wir Nachher noch drüber reden Was ich bei dem Setting auf jeden Fall Noch sagen möchte Ist Äh Obwohl ich weiß gar nicht Ob das Ich denke es gehört zum Setting Meiner Meinung nach Ansonsten könnt ihr mir Gleich ins Wort fallen Ähm Dadurch dass es eben Wirklich nur diese Drei Tage gibt Ähm Hat man es auch geschafft In Unruhstadt Mehr oder weniger Jedem Dorfbewohner Für diese drei Tage Eben ein eigenes Wie soll ich sagen Die Die haben halt wirklich Einen Tagesablauf Ja Es wirkt halt nicht so Als würden sie wirklich Immer das gleiche tun Oder Eben genau Und sie sind halt Zu verschiedenen Uhrzeiten Woanders Moment Moment Zwei Sachen Äh Das würde ich nicht Zu Setting zählen Das ist eher schon Gameplay Ja Ich weiß nicht Weil worauf ich hinaus will Ist dass die Stadt Sich dadurch sehr sehr Lebendig anschließt Ja okay Ja gut Es ist Setting Unterstützendes Gameplay Sagen wir mal einfach so Es hängt beides zusammen Ja Das finde ich schon okay Aber irgendwie hat man dadurch Wirklich das Gefühl Man ist an einem Also der Ort hat Ein gewisses Leben Und meiner Meinung nach Ähm Unterstreicht das auch so Dieses Endzeit Setting so ein bisschen Weil man eben viel mehr Damit verbindet Weil man den mehr Leuten Auch anmerkt Dass Arges im Busch ist Was du bei anderen Spielen Jetzt nicht so hast Da geht vielleicht auch Die Welt unter Aber dadurch dass die Leute Immer dasselbe machen Und so weiter Distanziert das wieder So ein wenig Ja also die Welt ist Also vor allen Dingen Unruhstadt ist wesentlich Lebendiger Und Man Beschäftigt sich viel mehr Mit den Leuten Und NPCs Als man das normalerweise Machen würde Ja Und das ist auch etwas Was Äh Mit Jarvis Mask Mehr oder weniger So ein bisschen Äh Im Videospielbereich Allein Äh Dastehen lässt Also ich kenne nicht Viele Spiele Die das auf eine ähnliche Weise hinbekommen haben Einfach weil Du dadurch Dass du nur diese Drei Tage hast Äh Eben auch viel mehr Machen kannst Ich meine du kannst Ja nicht zum Beispiel Bei Skyrim erwarten Dass irgendwie Die 500 Monate Die du spielst Die Dorfbewohner Jeden Tag was anderes Machen Und ich glaube Machen sie aber Ja aber du hast Allein durch diese Du hast ja Du kannst ja richtig Viele Masken sammeln Und ich glaube Ich hatte so das Gefühl Du hast Von den Questen her Äh auch Irgendwie Mehr zu tun Als Das wirkt halt Einfach nur so Weil es halt Alles so gestaucht Hat auf drei Tage Ich weiß es nicht Da gab es doch Auch diese schöne Diese schöne Sidequest Mit dieser Liebesgeschichte Ja aber Das ist ja Ja Ähm Ja Äh Habe ich nur den Eindruck Oder es ist wirklich halt so Dass halt Einerseits Äh die Welt Von Majora's Mask Äh doch schon Auf jeden Fall Kleiner ist Als die von Ocarina of Time Aber Viel mehr bietet Weil das hört sich halt Wirklich so Für mich an Genau Genauso würde ich sagen Insgesamt Es gibt auch nur vier Tempel Ja deswegen Äh Aber insgesamt Äh Die Welt ist Die wirkt facettenreicher Gerade dadurch Dass sie nicht so rund ist Hat Jeder Jeder Abschnitt so Sein eigenes Und du hast ja auch Du hast ja auch wirklich so Dass viele Ähm Die NSC NSCs für die Deutschen Beziehungsweise NPCs für uns Die halt Äh Sind ja Haben weniger Diesen Diesen typischen NPC Charakter So nach dem Motto Ja das ist halt ein Typ Der sagt mir hier und da mal Was nett ist Aber das wär's Sondern es Ähm So wie ich das mitbekommen Habe haben halt Viele haben ihre eigene Story Äh Und viele haben auch Mit ihnen verbundene Quests Ja genau Das ist Das ist ja dann Also Das ist ja dann Was im Gameplay Später wichtig wird Die Sidequests Mhm Gut Und was es da alles Für Charaktere gibt Die sind super Ähm Ja was man Was man noch zum Setting Sagen könnte Was Wo sich alle einig sind Das ist Das Setting ist wesentlich düsterer Als den Als Occamina of Time Oh ja Da sind sich alle einig Also allein Die Story wie sie anfangen So die erste Die Anfangssequenz Äh wo man Verwandelt wird In Deko Und sowas Es ist alles Im Vergleich Es ist nicht sehr bunt Es ist sehr dunkel Es ist teilweise verstörend Und ähm Es ist auch voll mit irgendwelchen Abgefuckten Gestalten Wie dieser Typ Der Diese Hand Die aus dem Klo Kommt Ja Die Will der nicht irgendwie Toilettenpapier oder sowas Genau Also es ist ganz seltsam Man merkt da ist irgendwas faul In dieser ganzen Welt Ja Und ähm Ja Abgesehen davon Grafisch Es sieht ein bisschen besser aus Als Occamina of Time Äh war eins von glaube ich Drei oder vier Spielen Das das Expansion Pad benutzt hat Äh mit den hier vier extra Megabyte RAM Genau Ähm Es sah halt deswegen ein bisschen hübscher aus Ich glaube Wurde das nicht auch für Ähm Donkey Kong 64 Genau Und war das nicht auch Light Wars Ja Light Wars Light Wars nicht Das nicht Ah nee das ist Rumble Pack Light Wars war es Rumble Pack Genau Aber wo es noch benutzt wurde War Perfect Dark Ah Perfect Dark Perfect Dark Und bei Pokémon Stadium 2 Aber da war es auch nicht Pflicht Bei Perfect Dark und Pokémon Stadium War es nicht Pflicht Okay Okay Da braucht man Aber es sah halt dann besser aus Ähm Ähm Ja Das würde ich so dazu sagen Ja und weil Also falls es da jetzt nichts gibt Können wir jetzt im Endeffekt Wo wir auch schon gerade so drüber geredet haben Zu Gameplay und zu den Neuerungen Einfach rüber gehen Ich denke mal Neuerungen wird es nicht so viele geben Deswegen schließen wir da jetzt einfach das Gameplay mit ein Und dann gehen wir halt zu Zu den bisschen Ähm Handfesteren Sachen jetzt Äh Wie Dungeons und Items weiter Und zu den Items zähle ich jetzt auch einfach mal die Masken Ähm Wobei die Masken ja eigentlich ins Gameplay fallen Also wie ihr wollt Wir können die entweder im Gameplay durchnehmen oder bei Items Ist mir wurscht Also ich finde die Masken machen im Gameplay viel Sinn Weil die zum Gameplay gehören Weil du ja dadurch Dass du eben die Masken aufsetzt Auf verschiedene Fähigkeiten Mhm Hast Okay Äh gut Dann ähm Würde ich einfach mal sagen Äh da das Was halt so eines der Main-Themes ist Äh Nehmen wir das jetzt einfach mal als Starkpunkt fürs Gameplay Ähm Wo ich sie jetzt gerade sehe Also es gibt ja Wir haben gesagt Es gibt die Äh Vier Dungeons Die vier Main-Dungeons Ähm Dementsprechend Ähm Ich weiß nicht Also ich weiß dass drei der Masken In einer gewissen Art und Weise Also zwei der Masken fest mit den Dungeons verbunden sind Zwei Äh glaube ich nicht so ganz Aber es gibt halt auch vier Hauptmasken Dementsprechend Einmal die Deko-Maske Drei Ja drei Hauptmasken Ja gut Drei Drei und eine geheime Sag ich jetzt mal Äh Die äh Die Deko-Maske Äh die man ja von Anfang an hat Dann gibt es noch die Gronen-Maske Die Zora-Maske Und halt als äh Geheime Hauptmaske In Anführungsstrichen Äh Die Fierce Deity-Mask Ja Die Maske der grimmigen Gottheit Heißt die so auf Deutsch? Ja Ja Das Ha Klingt cool Klingt echt cool auf Deutsch Ja Gefällt mir Und dann gibt es halt noch Äh Zwanzig Quasi so Nebenmasken Normale Masken Questmasken Wie auch immer man das jetzt nennen möchte Genau Insgesamt gibt es Äh Vierundzwanzig Masken Genau Gut Ähm Ja also Genau Also zu den Items gibt es gar nicht so doll Viel zu sagen Weil im Prinzip Du hast die Sachen aus Ähm Ocarina of Time wieder Es gibt glaube ich Nichts An Items Was neu ist Äh Es gibt sechs statt vier Flaschen zu finden Diesmal Ähm Was cool ist an den Tempeln ist Ähm Die Tempel sind um die Pfeile rum Aufgebaut Im ersten Tempel bekommt man den Pfeil und Bogen Im zweiten bekommen man den Feuerpfeil Den Eispfeil im dritten Tempel Im letzten Tempel bekommen man die Lichtpfeile Ah Und äh Die Rätsel in den Tempeln sind tatsächlich um die Pfeile auch wirklich aufgebaut Also ich hab das Gefühl Dass das wesentlich wesentlich runder ist Im Vergleich zu anderen Zelda Spielen Ähm Wie die Pfeile auch eingesetzt werden Also zum Beispiel in Ocarina of Time Die Feuer Eis und Licht Äh Feuer und Eispfeile waren Ein Gimmick Ein Bonus Genau Brauchte man nicht Ne Aber da fand ich es wirklich echt gut implementiert Eine Feuerpfeile natürlich um Sachen aufzutauen Äh Eispfeile Um halt Plattformen auf dem Wasser zu machen Oder Gegner einzufrieren Die man dann auch als Plattform benutzen konnte Oder Wasserströme einzufrieren Und ähm Die Lichtpfeile Äh Sind halt im letzten Tempel für bestimmte Gegner da Und äh Für eine ganz coole Sache Und zwar den letzten Tempel gibt es quasi zweimal Und zwar geht der Letzte Tempel geht komplett Äh Hier Symphony of the Night mäßig ab Nachdem er ihn halb durch hat Kann man ihn komplett umdrehen mit einem Lichtpfeil Oh Und der ganze Tempel klappt halt auch auf dem Kopf Cool Was ziemlich cool ist Ähm Also ich denke Ähm Wo du gerade von Tempeln redest Und das halt Äh Die so ein bisschen um die Falle drum drauf gebaut sind Ähm Also einerseits ja Du hast auf jeden Fall recht Also Item mäßig gibt es wirklich nichts Neues Das ist alles alter Hut Da brauchen wir gar nicht drüber reden Außer die Masken Die kommen dann später Ähm Magst du dann auch nochmal ganz kurz Was zu den Dungeons sagen Wie Was für Themen befolgen die Wie sind die so ein bisschen aufgebaut Ja also es gibt Ähm Ja den 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 Sumpftempel Also ich weiß jetzt nicht mehr wie die genau heißen Weil ich glaube Das ist kein Problem Hat noch wirklich Namen Äh Äh Als Deko hat man die besondere Fähigkeit Dass man sich aus Pflanzen rausschießen kann Und dann ein bisschen fliegen kann Und man kann so magische Blasen Äh Verklatschen Und man kann übers Wasser hüpfen Äh Das macht Flo immer ganz Äh Aufgeregt Weil das immer so So ein Timer abläuft Man hat halt drei Sprünge auf dem Wasser Und dann stirbt man Und äh Da ist Flo immer ganz nervös geworden Ja weil das halt einfach so aussieht Als würde er irgendwie Durch Feuer laufen Oder sowas Keine Ahnung Ja Und ähm Ja darum ist Da ist das halt drumrum aufgebaut Äh Sehr düster Viel Pflanzen Geäst Sumpf Äh Ähm Der Boss ist Odolva So ein afrikanischer Schwert und Schild So ein Ureinwohner Kämpfer Würde ich jetzt mal sagen Ja Danach ist das Äh Gemacht Was ich auch cool finde Ähm Bei den Bossen Die Bosse Werden nicht nach dem Schlüsselschlossprinzip Mit dem Item aus dem Tempel besiegt Mhm Das war cool Immer gut finde Bei sowas Ja Also Odolva kann man normal mit Schwert und sowas Indem man einfach clever damit umgeht besiegen Man kann Pfeile benutzen Aber man braucht es nicht Ähm Finde ich cool Ähm Zweiter Tempel ist Piki Ähm Piki Ja Ganz kurz Noch Wo ich es gerade sehe Ähm Ist es ja auch hier so Äh Äh Ähnlich jetzt wie bei Links Awakening Dass man halt auch Äh Mitbosses hat Also so Halt Aber halt Nicht so wie bei Ocarina of Time Dass du einfach mal so gegen ein paar Exen kämpfst Oder sowas Ja Es gibt richtige Mitbosse Es gibt ja eine Bestimmte Auswahl von Mitbossen Die teilweise mehrmals aufs Spiel verteilt kommen Ich sehe auch gerade die Wizropes Die kommen des öfteren mal vor Viermal insgesamt Ja es gibt seltsame Frösche Die entweder auf einer Schildkröte reiten Oder in so einem komischen Wasserblob drin sind Es gibt äh Äh Einen riesigen Augenball Der von kleineren Bällen umgeben ist Äh Also eine riesige Der Das ist glaube ich echt so ein aus Äh Äh A Link to the Past übernommener Boss Der dazu eine Mitboss gemacht wurde Und zwar halt dieses riesige Auge Was so Blobs um sich Ah ja 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 genau Stimmt 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 Und dann gibt es noch im letzten Tempel Die Garokrieger Äh Äh also ja Es gibt einen ganzen Aber ansonsten Also eigentlich alles folgt diesem Zweierprinzip Ja Okay Ja ähm Jedenfalls zweiter Tempel Ist dann Peak Hiberna Ist halt ein Eis Äh Ein riesiger Ein riesiger Eis Ein Eisgipfel Ähm Wo man dann als Corona unterwegs ist Als Corona hat man die Fähigkeit Äh Dass man halt rollen kann Und stampfen Und äh Wenn man schnell genug rollt Kriegt man halt so einen Superboost Hat auf einmal überall Stacheln Und kann halt über Abgründe springen Was ziemlich cool ist Was witzig ist an dem Dungeon Äh Der Dungeon Eingang ist an der Spitze An der An der Spitze eines Gipfels Und wenn man dann reingeht Kann man immer noch weiter hochgehen Also Rein architektonisch macht das Ding gar keinen Sinn Stimmt Ja was man zum Eingang sagen kann Wenn man hinkommt Man hat ja dann dieses magische Auge Genau das Auge der Wahrheit Genau und äh Mit dem Auge der Wahrheit sieht man dann Was den Eingang quasi versperrt Irgendwie Ja genau man denkt Man denkt Man denkt zuerst Da ist einfach eine riesige So eine Windböe Die einen direkt wegbläst Aber wenn man mit dem Auge guckt Ist einfach ein riesiger Horone Der halt atmet Das ist so krass Aber wirklich so groß wie der Berg Glaube ich auch gewesen oder? Ähm Genau Also so ein bisschen Bikoron mäßig oder? Genau das war so ein Bikoron Ja okay Bikoron Genau in In dem Tempel muss man halt Viel mit Als Corona machen Man kann damit so Eisblöcke Kaputschlagen Äh es gibt Das ist echt Einer der nervigsten Tempel Vom Aufbau her Weil die Sache ist Der Tempel geht einen Turm hoch Und wie bei vielen Spielen Wo es einen Turm hoch geht Wenn man runterfällt Muss man das ganze Ding Wieder runtergehen Und wenn das passiert Kann das nervig sein Also uns ist es eigentlich Nicht wirklich passiert Also wir Ja ich fand ihn aber auch Nicht so geil Den Tempel Ich mag ihn Ganz gern so Aber das ist eine Sache Die ist halt blöd An Türmen So Ähm Und ja dass man halt In der Mitte des Turmes Immer als Gorone Über so Abgründe springen muss Um weiter nach oben zu kommen Das ist eigentlich ganz witzig Ähm Der Endgegner ist Goth Oder Gott G-O-T-H Goat Äh Ja Goat glaube ich Ja Goat Würde ich sagen Ich nenne ihn Goth Weil er ziemlich cool ist Weil er ist ein Metallnes Ziegen Ochsen Kuh Grät Also echt so Das sieht aus wie so ein So eine Transformers Kuh Transformers Ja Die halt im Bossraum In so einer Kreisbahn Lang rennt Also das Ding rennt die ganze Zeit Und du musst als Gorone hinterher rollen Und das halt mit deinen Stacheln Die du hast Kaputt machen Den fand ich irgendwie nervig Ich fand den richtig Ich finde das glaube ich fast Ich glaube das ist mein Lieblings Bossfight Ich würde auch sagen Ich fand den Bossfight eigentlich echt cool Weil es geht halt einfach nicht um das Item Was du gesammelt hast Es geht darum Geskillt Den Goronen einzusetzen Es geht tatsächlich um Skill Und nicht darum Einen Schlüssel in ein Schloss zu stecken So Mund auf Schmeiß Bombe hier rein Sondern es ist halt wirklich Dass du gut mit dem Goronen umgehen kannst Du musst dann zwischendurch auch drauf achten Weil Dieses Rollen verbraucht Magie Dass du zwischendurch die ganze Zeit Magie Potpötter einsammelst Die auch wie Spawn Es ist nicht so dass das begrenzt ist Mhm Und das ist halt echt Ein sehr sehr cooler Endkampf So Weil sehr skillig Und währenddessen wird man halt die ganze Zeit Mit Shit von dem beschmissen Den man ausweichen muss Mhm Ähm Der dritte Tempel ist der Wassertempel Und der ist Also den Ähm Ne Ne Freundin Als ich in Japan war Hat den Hat halt Ocarina of Time durchgespielt Da hab ich nicht zugeguckt Aber dann als sie Majora's Mask gezockt hat Hab ich hier und da mal so ein bisschen zugeguckt Und vor allen Dingen im Wassertempel Hab ich da halt zugeguckt Und oh mein Gott Sieht der nervig aus Und der Bosskampf erst Ich Finde ihn Also okay Okay der Bosskampf ist eine andere Sache Ne Ja klar Ich find ihn nicht so ätzend Okay Also er sah Ich hab's halt nicht gespielt Er sah halt einfach nur nervig aus Flo und ich haben ihn ja kürzlich gespielt Und wir sind erstaunlich schnell durchgekommen Mhm Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Eine Stunde Oh das geht Eine Stunde Dann waren wir beim Boss glaube ich Oh ja Ähm Ja da ist es halt Äh man ist da als Zora unterwegs Äh da sind die Fähigkeiten des Zoras nicht so wichtig Als Zora kann man sich halt schnell unter Wasser fortbewegen Was halt schon wichtig ist Weil man taucht die ganze Zeit Was wesentlich angenehmer ist als bei OOT die ganze Zeit mit den Eisenstiefeln rumzuhängen Äh wie ist es mit der Orientierung unter Wasser? Gibt's da keinen Stress wegen der Kamera? Ich find es geht Es ist äh ich sag mal so für SN64 Und die Möglichkeiten die man damit hatte Ist es glaube ich schwierig besser umzusetzen Das heißt nicht dass es total gut ist Aber es ist es funktioniert War die Wassersteuer Die Unterwassersteuerung als Zora eigentlich anders als in Ocarina of Time? Ja komplett anders Weil ich fand das sah auf jeden Fall wesentlich angenehmer aus In Ocarina of Time schwimmt man ja nicht Ja Als Zora schwimmt man ja richtig Man bewegt sich vorwärts Das macht man in Ocarina of Time Das stimmt Ja man konnte Du konntest ja auch nur die Dings anziehen Ja ich hatte grad irgendwie im Kopf Dass man da auch als Zora umher rennt Aber Ne 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 aber die Steuerung wirkt halt auch Es wirkt halt einfach besser Auch dadurch dass du halt Dich halt einfach besser bewegen kannst Unter Wasser Eine Sache die man glaube ich Einzimmer machen muss im Tempel Ist sich quasi aus dem Wasser raus katapultieren Um auf eine erhöhte Plattform drauf zu kommen Aber sonst geht's da tatsächlich sehr viel um Eis und Feuerpfeile Um das weg verleiten von Wasser Um am Ende eine Strömung auszulösen Mit der du dann zum Bossraum kommst Aber ich finde Ich fand Ich finde ihn okay Aber es ist ein bisschen tricky Alles rauszufinden Weil halt sehr coole Mechaniken Mit den Eisfallen gemacht werden Aber dann ist es eigentlich Ein sehr interessanter Tempel Meiner Meinung nach Ähm Der Boss hingegen Ist so The Bane of Existence In Zelda Bosses Oh herr Weil jeder Jeder hasst Georg 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 Nennen wir ihn Georg Georg Nee Nee My dad My dad heißt Georg Georg Und my dad ist cool Ja Toll Und Georg Wie sagt man So Georg Da kann sich ja jeder über Leute Über Däh Also ich glaube nicht Dass irgendwann gut heißt Jetzt möchte ich ihn das Recht Georg nehmen Arschloch Äh Jedenfalls Georg ist ein riesiger Hässlicher Lilaner Fisch Der kleinere Hässlichere Fische auskotzt Ein Maulbrüter Fisch Genau Ein Maulbrüter Fisch Äh man ist in der Mitte In einer Plattform Und um einen rum ist Wasser Und ähm Ja Wenn man auf der Plattform ist Kommt halt Georg Georg Gegen die Plattform gerammt Oder er springt drüber Wenn er drüber springt Musst du ihn mit einem Pfeil treffen Äh Oder Und dann Musst du ins Wasser tauchen Und ihn dann als Zora treffen Dann musst du aber ganz schnell wieder aus dem Wasser raus Weil er sonst seine Fische beschwört Oder dich rammt Oder frisst Oder dich auffrisst Was super viel Energie zieht Es ist einfach ein super nerviger Kampf Weil man Den hab ich aber auch echt gehasst Also das war echt Ja Also es gibt glaube ich irgendwie so eine ganz billige Recht einfache Strategie Aber da Die weiß ich jetzt gerade nicht Aber Wenn man es so macht Wie das Spiel es vorsieht Ist es halt echt einfach nur nervig Also Irgendwann hat man es dann raus Aber selbst dann ist es kein sehr befriedigender Kampf So Das ist echt so Ich hab es jetzt hinter mich gebracht Und ich Oh ich hab was geschafft So das ist so der große Schwachpunkt des Spiels glaube ich Ja Dieser Bosskampf Mhm Ich glaub da haben auch viele aufgehört Josh Better luck next time Ja Ähm Und am Ende geht es dann in den Canyon Äh Es gibt dann keine Verwandlungsmaske mehr Nö Ja die haben wir jetzt alle Äh Äh was am Canyon cool ist Es gibt einen Haufen von kleinen Quests Die da vorkommen Bevor man erst zum Tempel kommt Gehört da auch Ikana dazu Oder Ja klar Okay Ikana Canyon ist das ganze Ach so Das ist der Ikana Canyon Okay Genau Man geht zuerst Geht man zum Friedhof Da muss man dann ein Skelett beschwören Von dem man dann den Äh Die Maske bekommt Die man dann braucht Äh Später Ähm Dann ist da so ein Musikhaus Wo ein kleines Mädchen ist Das Äh Total verschreckt Äh genau Das sind Ne Erstmal sind da Mumien Mumien Genau Sind das dieselben wie in Ocarina of Time Die einen dann anspringen Ja Achso Ne Die Diese Die sind nicht Die sind glaube ich nur da Und drüben rum Dann muss man nämlich auch eine kleine Quest machen Um die Hymne des Sturms zu lernen Äh Und zwar muss man die Gebrüder Dur und Moll aufsuchen Das sind halt so Geister Und das waren frühe Komponisten Und ja Cool Dur und Moll Verstehst du Äh Von denen lernt man die Hymne des Sturms Damit kann man die Mumien verscheuchen Dann geht man in dieses Haus rein Äh Da kommt ein kleines Mädchen raus Und man kann sich dann reinschleichen Und in dem Haus ist einfach ein Typ Der halb Mensch Halb Mumie ist Und ein total Ne Also traumatisiert Also das ist wirklich einer der grusigsten Momente Im ganzen Spiel Wenn der Typ kommt Ähm Die Sache ist Man Der erste Instinkt ist Man greift ihn an Dann hat man verkackt Dann kann man den Cycle nochmal neu laden Also man kann die ganze Zeit jederzeit Ne An Anfang des 3-Tages-Zyklus Mit der Hymne des Sturms Dann muss man das nochmal neu machen Weil dann hat man verkackt Man muss ihn tatsächlich befreien Äh Und dann bekommt man die Mumienmaske Und dann Muss man in den Äh In das In das Schloss In die Burg von Ikana Äh Von Und da Grifft man dann Die Den König von Ikana Igos du Ikana Ikana heißt der Äh Und seine beiden Skelettlakeien Was dann quasi so der Der Bosskampf Davon ist Ähm Und von denen lernt man dann das Lied Mit dem man in den Letzten Tempel kommt Und das ist halt eine schöne So kleine Questreihe Weil es sich Weil das wäre was In anderen Spielen wäre das So Sidequest Aber das ist echt ganz cool Weil Der ganze Ikana Canyon Dadurch total interessant wird Und den ganzen Haufen Also Man merkt dass der Ikana Canyon Echt so Geschichte hat Genau das ist Das fand ich halt auch Dass du halt irgendwie die Geschichte Von dieser Von diesem Gebiet so irgendwie Ja Äh Einfach kennenlernst Und dich da so durch Kämpfst quasi Also das ist ja etwas sagen Du Canyon lernst Die Geschichte Nein würde ich nicht Weil das ein scheiß Wort Das Lied was man dann bekommt Ist so quasi der Ersatz Für Die letzten Verwandlungsmasken Und zwar ist das eine Maske mit Ein Lied mit dem man Mit dem man Ein Abbild von sich schaffen kann Und das heißt Dass man insgesamt Vier Abbilder von sich schaffen kann Nämlich Als Mensch Als Gorone Als Deku Und als Zora Und wie funktioniert das dann? Man wechselt die Maske Spielt das Lied Und dann erscheint quasi Da wo man gestanden hat Erscheint der Doppelgänger Ah so ist es Ah okay gut Also so nach dem Motto So dieses typische So ich stell dich hier hin Damit du einen Schalter aktivierst Ich geh da drüben hin Genau Das ist dann so ein Haufen Elaborierter Geschalter Rätsel Führen einen dann Einen Turm hoch In den letzten Tempel Und Den Felsturm Und Ja das ist der letzte Tempel Wo es halt noch mehr Schalter Rätsel gibt Aber wo halt vor allen Dingen Auch Der Witz ist Nicht nur dass es Schalter Rätsel gibt Sondern auch dass man Nach der Hälfte Die Lichtpfeile bekommt Und den kompletten Tempel Umdrehen kann Und alles nochmal neu Entdecken kann Und muss Um mal alles dran zu kommen Ähm Der Boss da Ist Twinmold Äh Das sind Zwei riesige riesige Würmer Das coole ist Sorry Flo Das ist jetzt ein bisschen Spoiler Für eine Sache Die kommt Die du dann schon wissen wirst Und zwar findet man Und zwar findet man am Ende Äh Des Tempels Noch eine Maske Und das ist so eine Semi-Verwandlungsmaske Und zwar die Maske Der Giganten Und zwar kommt man In diesen Bossraum rein Und da sind diese riesigen Würmer Man weiß gar nicht Was man machen soll Weil man ist winzig klein Und man kann halt diese Maske Droh bekämpfen Mit Pfeil und Bogen Und sowas Aber das ist glaube ich Und seine Magie Aufrecht zu erhalten Äh Bis dahin Und ja Sehr cooler Bosskampf Und halt auch einer Man muss einfach Geskillt kämpfen Um gegen die anzukommen Ähm Ja Wenn man die vier Tempel hat Geht's dann halt zu Majora In den Mond rein Der Mond ist ein sehr geiles Setting Und ich möchte Darüber nicht reden Weil es einfach Es ist Es ist Überrascht einen Das ist kein Problem Können wir gerne Der Mond Gehört für mich Zu einem Der schönsten Settings In der Videospielwelt Zusammen mit dem Ort Wo man hinkommt Wenn man bei Phantasy Star Online Dark Falls besiegt Ne Vor Dark Falls Aha Ja was auch immer Experten wissen Was ich Äh Frau Schnee wie ich her bin Jedenfalls gibt's In dem In dem Mond Äh Gibt es noch quasi Gibt's noch Sidequests Äh Die man erst machen kann Wenn man alle anderen Masken hat Äh Und dann Wenn man alle Masken hat Und diese Sidequests gemacht hat Bekommt man halt die Maske Der grimmigen Gottheit Und mit der kann man sich Äh In Bosskämpfen Also nicht nur im letzten Bosskampf Sondern in allen Bosskämpfen Wenn man die nochmal machen Wollen sollte Aus irgendeinem Grund In die grimmige Gottheit verwandeln Was halt quasi So ein Erwachsener Link ist Äh Mit einem weißen Anzug Mit leeren Augen Mit Gesichtsbemalung Einem riesigen Riesigen Schwert Das äh Laserschießen kann Super Saiyajin Link Ja so ein bisschen Super Saiyajin Link Also es ist echt richtig krass Und damit ist der letzte Boss halt Super einfach Ähm Der letzte Boss ist halt Die Maske Majors Maske Die drei Formen hat Die alle sehr geil sind Die ich nicht spoilern möchte Und Mit der Maske Der grimmigen Gottheit Ist es halt super einfach Also wirklich Sehr sehr einfach zu machen Und Äh Ja Das dazu Cool cool Ähm Ja gut Wir sind jetzt auf die Dungeons eingegangen Wir sind Ähm Auf einige der Masken eingegangen Ähm Ich würde sagen Da es halt wirklich so viele Masken gibt Und halt Das meiste ist halt Nebenquest mäßig Würde ich jetzt einfach sagen Ähm Ich lese jetzt einfach die Masken runter Und wenn es irgendwas gibt Wo ihr es halt sagt So ey 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 Da ist die Quest super geil Da will ich einfach mal Gerade was zu sagen Ähm Schreit Ja was Was ich vorher sagen möchte Äh Weil Zu Sidequests haben wir jetzt noch nicht gedacht Das kann man eigentlich dazu sagen Okay Ähm Ein ganzer Haufen Also bestimmt die Hälfte des Spiels Ist Sidequests Und ein Großteil davon sind richtig geile Sidequests Ähm Und zwar Man bekommt relativ am Anfang des Spiels Bekommt man das Tagebuch der Bomber Die Bomber sind so eine Gruppe von Kindern Äh Die in Unruhstadt leben Und die haben einen ganz geheimen coolen Club Und wenn man in den Club aufgenommen wird Bekommt man das Tagebuch Und im Tagebuch Kann man äh Sich die Leute einspeichern Mit denen man geredet hat Und wenn man mit ihnen geredet hat Und die im Tagebuch drinstehen Dann sieht man immer Äh An welchem Tag Und zu welcher Uhrzeit Da irgendwie was besonderes ist Mhm Ne Also zum Beispiel Keine Ahnung Da ist Anju Die ist die Der gehört die Gaststätte Und äh Am ersten Tag Von 3 Uhr bis 5 Uhr Ist irgendwas So Und wenn man zu diesen Uhrzeiten Die Person aufsucht Passiert halt irgendwas Was entweder eine Sidequest ist Oder irgendeine andere Sidequest Weiter treibt Oder man bekommt irgendwas Oder muss irgendwas machen Und so Ich glaube Es gibt 20 Einträge In dem Tagebuch Vielleicht mehr Vielleicht weniger Ich könnte es jetzt nicht beschwören Ähm Und das ist total cool Weil Man entdeckt alle Sidequests Und man bekommt genug Hilfe Dass man weiß Wo man hin muss Aber auch Man muss genug selber machen Also ich fand das Damals hat mich das total geflasht Und ich finde es auch immer noch Total coole Art und Weise Es ist irgendwie Ein Questlog Aber irgendwie Findet man alles Auch selber raus Und True that Ja Und in diesem Rahmen finden halt alle Sidequests des Spiels statt Was Also fast alle Des Spiels statt Wo es halt entweder Natürlich das obligatorische Herzteil Und sowas gibt Aber halt auch oft Masken Ähm Wo du auch gerade sagst Dass halt Der größte Teil des Spiels Aus Nebenquests besteht Und Äh Wir als Team Doch schon Des öfteren Was Speedrun mäßiges machen Würde mich ja jetzt Auch direkt jucken Was ist denn die kürzeste Zeit Eigentlich Um Majora's Mask Durchzuspielen Boah Lange Moment Da Äh Da muss ich jetzt mal gucken Also Äh Any% Ne Das einfache durchspielen Ist eine Stunde 27 42 Äh Mit allen Masken Ist es Zwei Stunden 43 18 Aha Und 100% Speedrun Von Majora's Mask Ist 5 Stunden 13 31 Aber was wäre Dementsprechend dann Eigentlich 100% Äh Alle Masken Alle Herzteile Achso die Herzteile Ja klar Alle Items Okay Ja Genau Ja ist ja doch schon Gutes Gutes Stück An Arbeit Es gibt Es sind Es wurden halt bei Majora's Mask Noch Keine Glitches Wie bei Ocarina of Time Gefunden Mit denen man Abschnitte vom Spiel Skippen kann Man muss aber auch sagen Der Der Ocarina of Time Glitch Der wurde ja auch Erst irgendwie so Wie Vor eineinhalb Letztes Jahr Letztes Jahr Letztes Jahr April Und ich glaube Der allerletzte Glitch War wirklich Vor einem Na nicht in einem halben Jahr Aber Ist alles nicht so weit her Ja aber da wusste man Da kannte man ja vorher Auch schon relativ viele Glitches Also das war Genau Aber es gibt bei Majora's Mask Man muss wenn man es durchspielen möchte Any% Muss man immer noch alle Brosse besiegen Zum Beispiel Das ist immer noch Nötig Okay Ja Schon cool Ähm Gut Also wie gesagt Soll ich dann einfach mal die Masken durchgehen Einfach vorlesen Und dann gut Mach das mein Freund Also Postman's Hat Ähm All Night Mask Ach so Versuchst mir die deutschen Namen raus Ich finde das total doof Tut mir leid Zu viele Leute Die mit den deutschen Sachen groß geworden sind Ja Dafür bist du ja da Du kennst die deutschen Namen Ich kenn die nicht alle auswendig Ähm Okay Gut Ich guck mal ob ich eine deutsche Quelle finde Ja Und dann kann ich über die All Night Mask was sagen Okay Weil das ist Die zweitätsendste Maske zu bekommen Ähm Ähm Die zweitanstrengendste Weil die Die Maske der Nacht Ja die Maske der Nacht Genau Und zwar gibt es zwei geheime Tempel in dem Spiel Äh Wo man Skulltulas finden muss Äh Also Skulltulas sind wieder da Es gibt zwei geheime Tempel wo man die finden muss In dem einen Tempel Bekommen die Maske der Wahrheit Spoiler Also kommt hier gleich eh Und im zweiten Den zweiten muss man machen Um dann die große Geldbörse zu bekommen Äh Also die größte Es gibt zwei Geldbörsen Es gibt äh Eine Bank Wenn man da genug Geld einbezahlt Bekommen die große Geldbörse Mit 300 Rubinen Und die ganz große Ist in dem zweiten Skulltula Tempel Der super nervig ist Und äh Da bekommt man die ganz große Geldbörse Und die muss man dann mit 500 Rubinen voll machen Und dann Kann man zu dem fadenscheinigen Äh Drogendealer in Unruhstadt gehen Und die für 500 Rubine kaufen Und äh Dass da Der tolle Nutzen dieser Maske ist Dass man sich damit von einer Oma Geschichten erzählen lassen kann Und dafür Herzteile bekommt Was zur Hölle? Weil normalerweise schläft man ein Wenn man sich von der die Geschichten anhört Und damit kann man halt die Zeit Vergiftung Ah so Okay Aber wenn man halt die Maske auf hat Dann schläft man dabei nicht ein Und dann ist sie so stolz Dass du zugehört hast Dass du ein Herzteil bekommst Ich glaub Das liegt einfach daran Dass da Augen drauf sind Und du schläfst trotzdem ein Ne, ne, ne Man hört dann tatsächlich die Geschichten Das ist eigentlich ganz cool Weil dann Man bekommt Hintergrund-Lore Für Majors Mask Für die Für die Welt von Termina Aha Dann bekommt man halt wirklich Die Geschichten erzählt Das ist cool Ja So ich glaube ich hab was Geil Ähm Zwar ohne Bilder Aber auf Deutsch wenigstens So Also das war jetzt die Maske der Nacht Ähm Dann gibt's die Kabums Maske Man Nimm doch lieber die englischen Namen Ja wollte ich auch grad sagen Ähm Ne Kabums Maske Sag auch was wir machen Wenn das dabei geht Achso okay Kann ich machen Also die Maske der Nacht Hast du ja jetzt schon gesagt Kabums Maske Ähm Kabums Oh Ne Also auf dem deutschen Ding Der ich habe Steht nicht was die machen Ansonsten können wir das doch auch machen oder Ja es wäre ganz gut Flo bitte Was macht die Kabums Maske Sie lässt dich explodieren Ende Fertig Okay Man drückt einen Knopf Und geht in die Luft Verliert man Lebensentwicklung Oder stirbt man Man verliert ein Herz Okay Aber man kann's halt Anstelle einer Bombe benutzen Das ist cool Genau Äh Felsmaske Die Felsmaske macht einen unsichtbaren Genau Das war die Also die Gegner sehen dich da nicht mehr Genau Äh Dann gibt's die unglaublich viel zu gruselige Feenmaske Ähm Haben wir die bekommen Weil da weiß ich jetzt nicht Äh Die haben wir uns nicht geholt Äh Die Feenmaske Also die macht Was hat die 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 lockt Feen an Die lockt Feen an Also ja die macht Es gibt in jedem Tempel Gibt's einen Sidequest mit Feen Und äh Man kann in jedem Tempel 15 Feen finden Und die Feenmaske lockt diese Feen an Und dann Also lese ich das gerade richtig Dass die sich dann irgendwie In eine große Feen zurück Äh Genau Es gibt in jedem Gebiet Gibt's eine Feenquelle Und man muss die 15 verlorenen Feen Dahin bringen Und dann verwalten die sich In eine große Feen Und dann bekommt man was Schönes Okay Äh In BH Hä Nichts Äh Fuchsmaske Meine persönliche Lieblingsmaske Ja die leider nicht viel macht Ähm Es gibt Im Land In der Welt verteilt Gibt es so Äh Büsche Die in einer bestimmten Position Aufgestellt sind Und wenn man die Äh Angreift Während man die Fuchsmaske trägt Dann Äh Taucht ein Keotonfuchs auf Und äh Macht ein Quiz mit einem Cool Also so drei Fragen Zelda mit Jaws Mask Privia Wo dann echt sehr hohle Fragen dabei sind Aber auch so Super gemeine Fragen wie Wie viele Kuhstatuen Stehen in Unruhstadt Ich dachte immer die heißen Keaton Es ist Keaton Was auch immer Äh Jedenfalls Man wird drei Fragen gestellt Am Ende bekommt man ein Herzteil Das ist die ganze Sache Okay Äh Dann gibt es die Bremen Im Deutschen genau Äh 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 Die Bremer Maske Die Bremer Maske Genau Ähm Ja Die lässt sich glaube ich So ein Marsch Lied spielen Ne Und dann folgen dir Äh Ich weiß nicht ob andere Sachen Die auch folgen Aber man Äh Das ist für die Baby Chickens Äh Genau du brauchst Baby Die folgen halt dann so Küken Äh in Bei einem anderen Sidequest Und ähm Genau äh Ja die folgen dir halt einfach Du musst dir halt einfach einsammeln Die kannst du halt nur einsammeln Mit dieser Maske Weil wenn du dann ein Lied Also du spielst dann glaube ich Automatisch ein Lied oder? Genau du musst einfach Ja die Knopf gedrückt halten Genau Und dann läufst du halt so Marsch mäßig Genau und der Typ von dem du die Maske kriegst Der hat vorher in der Band gespielt Und das erzählt er dir halt Äh Weil er gibt dir dann die Maske Ähm Bei der ein Hund anscheinend Der Sänger war oder sowas Und du Das ist halt Bremer Stadtmusikanten Genau da ist der Typ Äh genau zu den Charakteren Haben wir gar nicht mehr zu wissen Sagen Da kommen wir noch Fast alle Figuren die da sind Sind Sprites aus Ocarina of Time Nur halt als andere Charaktere Ähm Aber nicht alle Fast Ja ich sag ja fast alle Kommen wieder Was ganz cool ist Und das ist halt der Typ aus dem Äh Aus der Windmühle in Ocarina of Time Der halt da böse auf seiner Äh Auf seiner Ähm Wer ist das Ding? Ähm Ziehharmonika Nee das ist keine Ziehharmonika Achso Nee genau dieses Dieses Melodika Melodika? Ich glaube ja Auf jeden Fall das Ding Und der erzählt eine Geschichte Von einem Typen Der in der Band gespielt hat Das war ein Hund Und der ist total ausgerastet Und der war die ganze Zeit neidisch Und jetzt fühlt er sich schlecht Totaler Mumpitz Ähm Ja und wenn man die Äh Baby Kuckus Dann eingesammelt hat Kriegt man von dem Typen Für den man das macht Die Äh Hasenohren Genau Nützt Eine der nützlichsten Masken im Spiel Man rennt schnell oder? Man rennt schnell Achso Okay Hätte ich das richtig noch in Erinnerung Dann Gibt es die Dongero Maske Ist auch nur für eine Sidequest gut Und zwar Ey aber die hat's in sich Also das ist die beste Fähigkeit Die es im Spiel gibt Ja man kann mit Man kann Frösche versammeln Also Im ganzen Spiel Gibt es glaube ich Vier oder fünf Frösche Die man finden kann Und Das Blöde ist Man muss teilweise In Tempel zurückgehen Und mit Bosse besiegen Weil die sich in diese Frösche verwandeln Es sind fünf Es sind fünf Wenn man alle Frösche mit dieser Maske angesprochen hat Dann treffen die sich an einem Punkt Da geht man hin Und dann spielen die ihr Lied Und dann kriegt man ja das Teil Cool Der bekannte Frosch Song Auch wiederkehrendes Element Ja Und Dongero war halt so der Anführer Der Bosch Der Frosch Band Ist das nicht auch der Name von dem Frosch In Link's Awakening? Keine Ahnung Von dem man das Frosch Lied dann lernt? Keine Ahnung Ich glaube nämlich Ich wüsste es nicht Aber ja Können ja die Leute in die Comments schreiben Wenn sie es wissen Ähm Dann gibt es die Maske der Düfte Die Pupsmaske Eine Schweinemaske Ähm Schweinemaske Äh Ist eine ganz coole Sidequest Weil und zwar Alle Der Zora und der Dek Und der Grone Sind halt Leute die gestorben sind Also man trifft die halt Und dann bekommt man Die Maske ist so quasi Das Vermächtnis von denen Ja quasi so ein bisschen So deren Seele oder so Genau Aber beim Deku Weiß man es nicht Und am Anfang des Spieles Trifft man Einen So einen Toten Deku Quasi Der ist so ein verwurzelter Baum Aber man sieht halt Dass es mal ein Deku war Der tot ist So und im Sumpf Da sind die anderen Dekus Und da ist der Butler Und wenn man mit dem Mit dem Butler kann man Butler kann man so ein Rennen machen So ähnlich wie bei Ocarina of Time Mit dem Geist Mit Dempy Im Friedhof Quasi kann man das auch machen Man braucht die Hasenmaske Um das zu schaffen Die Sache ist Wenn man als Deku zu dem hingeht Sagt der Du erinnerst mich an meinen Verstorbenen An meinen Sohn Den ich verloren habe Genau Ist es dann nicht irgendwie so Dass er dann in den Credits Sieht man ihn Irgendwie er dann an diesem Toten Deku Irgendwie weint Oder einfach nur da steht Genau Genau Es wird nie ausdrücklich gesagt Aber Es ist so krass Und daher kommt halt der Deku Und von ihm bekommt man die Maske der Düfte Das ist halt eine Schweinemaske Die ist auch nur gut Damit kann man an Unterhosen riechen Also es gibt einen Raum Das ist eine Unterhose Daran kann man riechen Da ist ein fauliger Gestank Mehr ist er nicht Und im Summen findet man damit einen Pilz Und damit kann man sich einen Trank machen lassen Genau Dann gibt es die Romani-Maske Ja, das ist die Kuh Nicht wahr? Genau, das ist die Kuh-Maske Von Schatorum Hier von der Romani-Range Ist es glaube ich Oder so Mit Meine Lieblings-Side-Quest Und zwar Es gibt die Romani-Range Analog zur London-Range Da wohnen halt Romani Das ist der Sprite von Nicht Epona Sondern von Lisi Oh Gott Marron Marron Marin War das nicht Marron? Marron war Marron 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 Ja, Marron Marron Ist japanisch Ist egal Und die große Schwester von ihr Ist Kremia Die ist glaube ich neu Ja, die müsste neu sein Oh, Kremia Oh ja Hm Was für ein Name Der Weg dahin ist Am ersten, zweiten Tag versperrt Von einem riesigen Fels Und am dritten Tag Ist er dann aber frei Und wenn man dann hingeht Wenn man am dritten Tag hingeht Dann ist Romani Ist total verstört So, die redet Gar nicht mit einem Und Kremia Lässt auch nicht mitreden Also irgendwas ist passiert So Und ab der Hälfte des Spiels Hat man die Möglichkeit Am ersten Tag hinzukommen Und da ist noch alles normal Und dann erzählt einem Romani Ja, heute Nacht Kommen sie Bla, bla, bla Und du musst mir helfen Und überhaupt Und hast du nicht gesehen Und in der ersten Nacht Kommen dann halt Aliens Das ist so herrlich Ah, und entführen die Kühe Genau Das kommen Aliens Die Kühe entführen wollen Und wenn man halt nicht da ist Dann wird Romani auch entführt Und deswegen ist sie halt so Gaga danach Ne Und man ist dann halt da Auf dieser Ranch Mit Pfeil und Bogen Muss die Aliens abwehren Oh, wie geil Und das ist Ey Ich hab damals In der Unterstufe Hab ich eine Geschichte geschrieben Die ich von dieser Geschichte geklaut habe Wie die Aliens auf die Farm kommen Ähm Und dann Bekommt Hast du damit ein ganzes Subgenre gegründet Im Sci-Fi Ja, auf jeden Fall Ähm Dann hat man aber noch nicht Die Romani-Maske bekommen Sondern dadurch Dass man sie gerettet hat Ist Kremia dann am nächsten Abend halt happy Weil ihre Schwester ist noch da und alles Und sie macht dann eine Lieferung Von Milch in die Stadt Und da hilft man auch wieder Und zwar Wird man dann während dieser Reise Von den Banditen Äh Angegriffen Die nebenan die Farm haben Die total neidisch sind Wo man dann auch nochmal So eine Verfolgungsjagd hat Wo man die mit Fallenbogen abwehren muss Und wenn man das geschafft hat Dann bekommt man die Romani-Maske Und mit der Romani-Maske Kommt man in die Bar rein Wo man Milch trinken kann Ach hier ist die Milchbar Genau Ah, okay Und in die Milchbar Darf man nämlich nur als Mitglied Und wenn man erwachsen ist Weil Milch ist Alkohol in diesem Spiel Ja Und nicht nur in diesem Aber vor allen Dingen in diesem Ja So sieht's aus Okay Sehr geile Sidequests Ähm Dann geht's weiter mit der Maske des Zirkusdirektors Ähm Ja Die ist Die kann man dann In der Milchbar Kann man die Äh Bei so einer kleinen Musik Sidequests gewinnen Wo man als Als alle vier Figuren Spielt man Also als Wenn du Zora, Deku und Gorone bist Hast du ein eigenes Instrument Ja ist Zora so Diese Gitarre ist es glaube ich Genau Ähm Gorone ist es Drums Genau Bongo ist so Was ist bei Deku Deku ist ein Blas Ach Blasinstrument Okay So Trompeten Und äh Dann kann man halt In der Milchbar Kann man zu viert Quasi als jede Figur Den Part eines Liedes spielen Und dann spielt Tritt man zusammen Als Band auf Das ist ganz cool Und ich glaube sogar Es ist die Ballade des Windfischs Aber ich bin nicht sicher Und dann bekommt man Die Maske des Zirkusdirektors Und ich glaube Die ist auch nur Für ein Herzl oder sowas gut Bei einer anderen Sidequest Okay Ähm Dann geht's weiter mit Cafes Maske Es ist tatsächlich Die Ballade des Windfischs Cool Geil Äh Über Cafes Quest Reden wir als letzte Sidequest Weil das ist die coolste Sidequest Okay Dann Maske der Liebenden Die gehört ja auch dazu Ist das Ergebnis Von Cafes Quest Okay Maske der Wahrheit Äh Habe ich vorhin erzählt Die bekommen man In diesem ersten Skulptula Dungeon Und damit kann man halt mit Äh Genau Das ist eigentlich ganz witzig Und zwar es gibt Man kann normal mit diesen Steinen widersprechen Die es wieder gibt Im ersten Teil auch schon Äh Aber es gibt eine Sidequest Und zwar gibt es eine Hunderennbahn Und äh Man muss in der Hunderennbahn Eine gewisse Anzahl Rubine Gewinnen Um ein Herzl zu bekommen Und mit der Maske der Wahrheit Kann man mit den Hunden reden Und äh Je nachdem was sie sagen Kann man festlegen Wie gut die drauf sind Ob die gewinnen können Das ist ganz witzig Hm Okay Ähm Dann geht es weiter mit Kamanos Maske Das ist Ich fand dich echt creepy Alter Die Maske zu kriegen Ist irgendwie echt Ähm Du musst glaube ich Irgendwie zu einer bestimmten Zeit oder sowas Auf einem bestimmten Felsen Vor Unruhstadt sein Und triffst dann Ist das schon der Geist Ja ne Ja das ist sein Geist So ein Geist Und er wurde entführt Von Außerirdischen auch Glaube ich ne Ne ich glaube Nicht Ne Er ist einfach nur ein Geist Er ist gestorben Genau Er ist irgendwie doof gestorben Und er konnte aber Seinen Krassen Ausdruckstanz Nicht an die Welt Weitergeben oder sowas Und er bittet dich Quasi darum In seinem Namen Diesen Ausdruckstanz Den er So gerne Weitergegeben hätte Der Welt Zu zeigen Und Wie toll das doch ist Und alles Und das hatte halt Inhalt Dieser Maske Dann quasi Wie sagt man Verewig Gebannt Verewig Gebannt Genau Und wenn man diese Maske Aufsetzt Dann fängt man halt einfach an So mega krass Strange zu tanzen Als wenn man auf so So ein Goth Rave Oder sowas Keine Ahnung Wenn er so In das Spiel läuft Oder so Und In Unruhstadt selbst Gibt es halt zwei Tänzer Die dann Ja Das sind Zwei Tänzer Und wenn man In leeren Nähe Quasi tanzt Dann wollen die Dass man Ihnen zeigt Was Alles so drauf hat Und Die wollen mit dir schlafen Und weil Die sind halt deine Groupies Und keine Ahnung Du machst denen den Tanz vor Und sie fangen an Dich Meister zu nennen Und anzugreifen Ja okay Das ist so krank Geil Was kriegt man dann nochmal Ein Herzteil oder so Wenn man mit denen tanzt Ähm Ja in Herzteil Ja Okay Ja Ähm Dann geht es weiter mit Äh Giptos Maske Ähm Giptos Ist die Mumie oder Ähm Ja Kann sein Müsse ich gerade hier Ja So eine Mumien Maske Mit der Mumien Maske Ja Kann man mit Mumien reden Das braucht man um In den Felsenturm zu kommen Okay Ätzendes kleines Questdings Okay Ja ist okay Äh Garos Maske Gehört auch zu der Ikana Quest Äh Die braucht man um in den Ikana Canyon reinzukommen Tatsächlich Achso Äh Helm des Hauptmanns Das ist die Skelett Maske Auch Gehört auch zur Ikana Quest Äh Was cool ist mit der Giptos Maske Und der Äh Garos Maske Äh Es gibt halt auch die Zombies Wieder und die Mumien Äh Und die Zombies Greifen einer nicht an Sondern sie fangen an zu tanzen Ja Genau Sie fangen an Ballett zu tanzen Das ist total der Hammer Das muss man sich einfach mal angucken Das ist super Äh Und dann halt Äh Maske der Giganten Da haben wir ja schon drüber gesprochen Das ist ja für den Boss No bitte Maske der Giganten ist für den Boss Genau Genau Gut Dann meintest du ja Hier wo war das Äh Kaffees Maske Maske der Liebenden Meinst du ja Das sei irgendwie so eine supergeile Quest Erzähl dir mal was drüber Die Kaffees Quest Ähm Ist die geilste Quest im ganzen Spiel Vor allen Dingen Es gibt Auf jeden Fall Es gibt zwei oder drei Enden für diese Quest Also es gibt zwei oder drei Belohnungen Es ist ein bisschen blöd Dass man sie für jedes Mal nochmal neu machen muss Aber es ist es eigentlich wert Also Ähm In Unruhstadt ist jemand verschwunden Und zwar Kaffee Und Kaffee sollte Anju heiraten Anju ist die Besitzerin von der Gaststätte So Äh Man redet mit der Mutter von ihm Das ist die Frau des Bürgermeisters Und die sagt Ja hilfst du mir ihn zu finden Hier Äh Das ist die Maske Und wenn du mit der Maske Leute anredest Ähm Sagen die halt was sie darüber wissen Ne So Äh Gesagt getan Man macht sich auf die Suche Das Äh Seltsam ist Äh Wenn man am Tag verteilt Durch die Gegend geht Findet man Äh Am Teich Also es gibt so einen So einen kleinen Abgeschliehenen Teich In Unruhstadt Von da kommt immer so ein kleiner Junge Der genauso aus wie Kaffee Aber er hat halt eine Fuchsmaske auf Aber er sieht halt genauso aus wie die Maske Und man denkt sich so Okay Aber man kann ihn halt nicht anreden Ähm Man muss halt dann mit der Maske Mit Anju reden Und sie sagen dann Alter Komm heute Nacht Wir treffen uns Äh Ich Ich muss mit ihr darüber reden Irgendwas ist seltsam Äh Man trifft dann halt Mitten in der Nacht Trifft man Anju dann in der Gaststätte Sie gibt einen Brief Für Kaffee Ähm Dass man sich gerne treffen möchte Und Ähm Den muss man halt In den Briefkasten werfen Boah ich hoffe ich kriege es jetzt noch richtig zusammen Weil sonst wäre es echt Äh Traurig Ähm Doch Man Vermittelt den Brief Über den Briefkasten Er liest ihn dann Und dann kann man ihn Sobald er den Brief hat Kann man ihn bei sich zu Hause besuchen Und er sagt einem dann Ja Das Horror Kit hat mich in ein Kind verwandelt Und Äh Das ist mir aber gar nicht wichtig Ich will Anju heiraten Aber das Problem ist Äh Es gibt den Brauch Dass man Sich bei Wenn man heiratet Äh Masken austauscht Ne Jeder macht für den anderen Maske Anju hat die Mondmaske gemacht Und Kaffee hat die Sonnenmaske gemacht Ne Er hat eigentlich gar kein Problem mit Dass er ein Kind ist Aber ja Die Maske wurde geklaut Und zwar von dem Arschlochdieben Sarkorn Äh Sarkorn ist halt so ein Arschlochdieb Der Äh Von dem kriegt man auch Äh Der hat auch mit der Bomben Maskenquest zu tun Der hat die Maske geklaut Und Äh Er will halt rausfinden Wo der Typ ist Ähm Ja das Äh Dann gibt er halt so ein Ein Zeichen für Anju Ähm Dass sie weiß Dass Äh Sie auf ihn warten soll Dass sie nicht vergessen hat Und bla 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 Und Äh Am Dritten Tag Ich glaube am dritten Tag Kommt man dann wieder Und äh Kaffee ist weg Und stattdessen ist der zwielichtige Arschlochtyp aus dem Drogenladen da Und sagt äh Ja hier ähm Äh genau weil der Dieb ist immer in den Drogenladen gekommen Um da seine Sachen zu verkaufen Und der Besitzer von dem Drogenladen hat das mitbekommen Dass er beobachtet wurde Und ist hingegangen Und hat gesagt Ja hier Kaffee ist äh weg Der ist den Dieb jagen gegangen Hier hast du die Fuchsmaske von ihm Die bekommst du dann halt Ähm Und Ja Dann ist erstmal Wenn du die Sehr früh machst Ist da erstmal Schicht im Schacht Äh was man dann Machen kann ist Ähm Man bekommt irgendwie Genau man bekommt Bekommt einen Brief an Kaffees Mutter Den kann man übergeben Äh Dann Genau da gibt es zwei Möglichkeiten Entweder man gibt diesen Brief an den Briefträger Dann bekommt man von ihm den Äh Hut Vom Briefträger Als Maske Oder man gibt den Brief direkt an die Mutter Und bekommt von ihr eine Flasche Von der allergeilsten Milch Die einem dann aber nicht mehr so viel bringt Weil man fast wieder Weil es ist halt der letzte Tag Und man muss fast wieder die Zeit zurückdrehen Dann geht das verloren Und äh Wenn man aber schon Im Ikana Canyon war Dann kann man die Quest zu Ende bringen Und zwar ist nämlich das Versteck von dem Dieb Ist im Ikana Canyon Und Kaffei wartet da Und man wartet dann mit Kaffei darauf Dass der Dieb in sein Versteck kommt Und das ist halt Das krasse ist Das ist halt wirklich in den letzten Kurz vor Ende des Spiels Kurz bevor der Mond aufschlägt Ähm Man geht mit Kaffei in die Höhle rein Und in dieser Höhle Gibt es dann ein riesiges Schäbe Zwei-Spieler-Schieberätsel Also man wechselt halt zwischen Kaffei Und Link hin und her Man steuert Kaffei zwischendurch Was ziemlich cool ist Äh Die Maske der Sonne Fährt auf einem Laufband In ein Loch hinein Und man muss schnell Durch diese Schieberätsel Äh An die anderen Verzeihung Ans andere Ende des Raumes kommen Um die Maske zu retten Äh Wenn man das verkackt Kann man die ganze Zeit Das nochmal von vorne machen Und es ist ein bisschen tricky Und wenn man dann die Maske Zurückgeholt hat Dann kommt das große Finale Und zwar Eine Stunde Bevor der Mond Auf die Erde aufschlägt Muss man in das Hotel gehen Wo Anjo die ganze Nacht Wartet auf ihn Und eine Stunde Bevor der Mond aufschlägt Kommt Kaffei Mit der Sonnenmaske Die beiden sind vereint Tauschen ihre Schwüre aus Und sagen Egal was passiert Egal ob das denn ist Ich bleib bei dir Und als Zeichen der Liebe Bekommt man von ihnen Die Maske der Liebenden Oh Und das ist Eine wirklich coole Sidequest Also My favorite Klingt auf jeden Fall Sehr sehr geil Ist auch wirklich schön Ja So story mäßig Ja Sehr sehr gut gemacht Wie gesagt Also es ist super Die ganzen Figuren Sind super im Spiel Die geben dem Spiel Viel Leben Der Welt Ja Das ist wohl wahr Ah Schön Ja Cool cool Ähm Ja an sich Sind wir dann ja jetzt durch Halt 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 Wir haben noch nicht Über das wichtigste geredet Was für Tingel Es gibt Ja Genau Oh Gott nein Nicht Tingel Echt Ey es ist das erste Spiel Mit Tingel Das muss man auf jeden Fall erwähnen Ist das echt das erste Oh Gott Ja Erstmal dass Tingel vorkommt Ja Der redet von seinem Vater Oder ist das nicht so Oder der Vater kommt auch vor Der Vater kommt auch vor Der Vater ist der Genau Der Typ der das Im Sumpf Das Das Bootstourenhaus besitzt Ja genau Ich hab Ich hab keine Ahnung Wie Nintendo auf die Idee Zu Tingel gekommen ist Und ich fand das sehr sehr lustig Gras Die Antwort ist Kiffin Tingel ist ein Ein 40 jähriger In einem Ne er ist 35 35 oder 35 okay 35 in einem grünen Spandexanzug Der in einem Ballon In der Luft fliegt Und Karten malt Karten malt Und verkauft Und er hält sich auch Für einen Feenjungen Und wartet aber noch Auf seine Fee Seit 35 Jahren Und das ist die Geschichte Von Tingel Tingel Weiß vielleicht Der ein oder andere Also das Aussehen von Tingel Ähm Ist inspiriert von Koji Kondo Was Was Echt Echt Googelt den mal Der sieht auch wirklich aus wie Tingel Also es ist sehr sehr Irgendwie auf eine fiese Art und Weise Also es ist fast schon ein wenig What the Tragäurig Okay Huh Tingel basiert auf Koji Kondo Tatsache Das ist echt Was Gut Gut zu wissen Sonst noch irgendwas Zu sagen Zu Tingel Zu Tingel Ja Tingel ist ein super Charakter Der Den Den Keine Ahnung Der Also ich finde So ein bisschen Dass Tingel Auch die Die Atmosphäre Des ganzen Spiels So ein wenig In sich vereint Alles Also die Essenz Die Essenz von Von Majora's Mask Ist Tingel Wieso Ja weil Keine Ahnung Er bringt das einfach Auf Also Man muss das gar nicht In Worte fassen Tingel ist einfach Wenn man ihn schon sieht Er bringt es einfach Auf den Punkt Das 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 Ganze Was Tingel darstellt Ist einfach Majora's Mask Hm Alles seltsam Gut Ähm Sonst noch Ich freu mich auch Ich freu mich auch Wenn wir dann Zu Wind Waker kommen Da kommt jetzt Oh ja Oh ja Hat sogar eine wichtigere Total wichtige Rolle Der Typ Tingel und seine Brüder Oh ey Oh Gott Tingel und seine Gang Seine Gang Wie Tingel Gang Willst du wie Tingels Brüder heißen Bingel Jingel Klingel Ach komm Wir wissen nicht wie die Tingel Brüder heißen Aber das Das machen wir dann In dem jeweiligen Podcast Ähm Gut Wollen sie noch über diese Fantheorie reden Oder Ah Ähm Weil wir die am Anfang angesprochen haben Ich würde sagen Das wären die nächsten Punkte Genau Ähm Weil an sich gesehen Theoretisch werden wir mit Alles mit allem durch So jetzt vom normalen Ablauf her Und deswegen würde ich jetzt sagen Hüpfen wir jetzt in Fun Facts Und Theorien rein Weil das lohnt sich auf jeden Fall Bei Majora's Mask Äh Bevor wir zu der großen Theorie übergehen Ähm Ich hab auf jeden Fall noch hier was Äh Mir aufgeschrieben Wo wir auch In alten Cast Darüber geredet haben Und Und zwar Zubora und Gebora Das ist ja Zubora und Gebora Das ist schon mal gefallen Diese Namen Ich glaub In Folge 2 Wo wir dann Darüber diskutiert haben Wer das überhaupt war Und irgendjemand meinte dann Das sind irgendwelche Hexen gewesen Oder irgendwelche Zauberer Äh Wer Äh Müsstet ihr in die alten Cast reinhören Ähm Und Äh Ne stimmt nicht Das sind weder Hexen Noch sind es Zauberer Noch whatever Und zwar Zubora und Gebora Sind die Schmiede Auf dem Ähm Sind die beiden Schmiedbrüder Oder was auch immer Achso Ja Äh Auf dem Snow Mountain In Majora's Mask Und das ist auch Äh Das ist auch Äh Damals im Cast Hatte ich auch gesagt Dass Zubora Gebora Der Text auf Ganons Schwert In ähm Äh Wind Waker ist Und Ach dann Aha Dann haben die das geschmiedet Genau Und da Das ist Das finde ich eigentlich Ganz interessant Das Ganons Schwert Aus Wind Waker Eigentlich von In Majora's Mask Schmieden Ja Gemacht sein Könnte Aber Ich sag mal so Äh Bei der Auf dem Auf dem Schild Äh Über der Romani Ranch Auf der Farm Da steht auf Julianisch auch Kakariko drauf Also ich Da kann auch sein Dass die einfach Da um die Keine Gedanken gemacht haben Ja aber Zubora Gebora sind ja neue Charaktere In Majora's Mask Nee aber das ist Das war jetzt eher Um was klar zu stellen Was wir ja vorher mal Erwähnt haben Nebenbei Deswegen Ja Also das wollte ich halt Jetzt noch erwähnt haben Bevor wir zu der Großen Theorie übergehen Ich möchte übrigens Noch erwähnen Es wäre schön Wenn du das Einblendest Mal schauen Das hier ist eigentlich Mein Lieblingsgegner Beschreib ihn doch Gerade einfach Es geht eigentlich Nur um die Augen Sie sind wunderschön Wieso denn Was ist es denn Für ein Vieh Das ist dieses Komische Zwiebelding Es sieht aus Wie ein Gorone Nur es ist irgendwie Ein komischer Stein Und es sieht seltsam aus Ja und es hat so Es hat so lustige Augen Du solltest es einblenden Ja eben Ich möchte ja Dass die Leute das sehen Die haben ja nicht Nur einen Videocast Liebe Freunde Ja aber so muss man eben Sind das diese Gegner Die irgendwie Diese komischen Schweinedinger Die aus dem Boden rauskommen Und explodieren Und wie Goronen aussehen Aber irgendwie So ist es noch keine Okay Die haben sehr sehr lustige Augen YouTube Ja kann ich ja machen Ja gut Soll ich jetzt einfach mal so Anfangen mit der großen Theorie Wirf mal ein paar Sachen In den Raum Also Das Wort schlechthin Purgatory Das Fegefeuer Das ist im Endeffekt Jetzt die große Und wie ich finde Sehr interessante Und sehr gut passende Theorie Zu Majora's Mask Ähm Und zwar sieht es nämlich so aus Dass halt In dem Sinne Halt angedacht wird Dass Link leiderwegs Auf der Suche nach Navi Im Verlor Im Wald gestorben ist Ähm Was auch So ein bisschen Eine Erklärung wäre Für den Twilight Princess Trainer Aber da geben wir dann Twilight Princess drauf ein Ähm Und Nach Termina kommt Und Termina Ist im Endeffekt Das Fegefeuer Da sind all die Äh Alle Seelen Äh Quasi gefangen So lange Bis sie Ähm Im Endeffekt Mit Sie selbst Abgeschlossen haben Mit allem Was so Jetzt so Äh Falsch war Was noch gefehlt hat So ein bisschen Abgeschlossen haben Und Ähm Mit sich Und mit ihrem Leben Ins Reine kommen Und akzeptieren Dass es zu Ende gehen wird Und das So wie ich es verstanden habe Scheint das ja auch wirklich Das Thema der meisten Quests Und der meisten Charaktere Zu sein Dass sie einfach so Diesen Äh So ein bisschen so Dass sie die innere Ruhe finden Und äh Die innere Akzeptanz Ihrer Situation erreichen Die Sache ist Ähm Die fünf Gebiete Äh Reflektieren Erstaunlich gut Die fünf Phasen Der Trauer Stimmt Das war ja auch noch Ja Magst du die gerade durchgehen Ja Kann ich machen Und zwar Es fängt an mit Denial Das quasi Das Ablehnen der Wahrheit Äh Das haben wir in Unruhstadt In Unruhstadt Ist halt die Sache Die wollen dieses Fest vorbereiten Aber warum sollte man das wollen Wenn da dieser riesige Turm Äh Dieser riesige Mond Auf einen zukommt Und ein Haufen der Leute In Unruhstadt Sagen halt Ne Der Mond kommt nicht runter Sowas kann gar nicht passieren Das ist Schwachsinn Die ignorieren das teilweise Einfach so krass Die ignorieren das Ein riesiger Mond Auf einen zukommt Das ist Phase 1 The Denial So Äh Dann kommt man Zu Phase 2 Wut Ähm Phase 2 Man kommt in den Sumpf Und im Sumpf geht es darum Die Prinzessin der Dekus Wurde entführt Und ein Affe Wird dafür beschuldigt Und der König der Dekus Möchte ihn halt In blinder Wut Äh Äh Opfern Obwohl er eigentlich gar keinen Grund hat Den Affen zu Ich wollte schon sagen Vergewaltigen Wurde Nein Es werden keine Unangenehm Äh Umzubringen Also es gibt Also Weil tatsächlich Sind der Affe und die Präsenten verliebt Aber Ne Der König ist halt Blinde Wut Tötet ihn Ab mit dem Kopf Hier Herzkönigin Style Nur dass es halt Eine riesige Pflanze Mit einem Tumor auf dem Kopf ist Ähm Das ist Phase 2 Anger Ähm Phase 3 Ist dann Verhandeln Ähm Das ist im In der Eiswelt Und zwar Ist da die Sache Da findet man halt den Ersten Der gestorben ist Den Goron Äh Darunia Einen großen Goron Held Man findet ihn halt als Geist Äh Und man folgt ihm dann zu seinem Grab Und da peilt er erst Also man bringt ihn erst dazu zu peilen Dass er tot ist Weil er bis dahin halt sagt Ne ich kann gar nicht tot sein Und ich muss doch zurück zu meinen Leuten Und überhaupt Er hat gar nicht realisiert Dass er gestorben ist Und man bringt ihn erst dazu zu akzeptieren Ne Dass er halt gestorben ist Ne Das ist halt das Verhandeln Ähm Äh Das vierte ist dann Depression Mhm Äh Das ist im Wasser Und zwar ist da Man Ich weiß nicht mehr Wie der Zora hieß Den man spielt Mikau Mikau Genau Mikau Der Gitarrist von der Zora Band Also es gibt halt auch Wie eine Zora Stadt Und Ähm Depression Deswegen Weil Äh Die Sängerin Der Band Die einem auch dann dabei hilft Äh Zum Tempel zu kommen Äh Ihr wurden ihre Eier geklaut Mhm Also die Ne Ihre Kinder Und Die ist halt am Anfang Die ist halt fertig mit der Welt Mit der kann man gar nicht richtig reden Und ja Da ist halt Depressionen das Thema Was überherrscht Mhm Und Ähm Das letzte Ist dann Akzeptanz Ähm Das wird bei Midroth Moskland Beim Felsentempel So erklärt Beim Felsenturm Äh Man bekommt ja das Lied Ähm Womit man Die Ebenbilder von sich selber Ähm Machen kann Und es wird halt unter anderem So Äh Argumentiert Dass man durch diese Abbilder Quasi Dass man die Vergangenheit hinter sich lässt Dass man das was man gemacht hat Und quasi Das hinter sich lässt Dass man das zurück lässt Um weiter zu kommen War es nicht auch so Dass dieser Äh Ikana König da Ähm Genau Wenn man gegen die beiden Äh Generäle da gekämpft hat Dass er dann sogar sagt Irgendwie seht endlich eine ja stärker Oder sowas Ja Das auch Aber auch irgendwie Ich glaube die haben dann auch so Ähm Ja stimmt Die Sidequests haben auch viel damit zu tun Der Der äh General muss akzeptieren Dass du ihn Äh Überboten hast Mur und Du und Moll Müssen akzeptieren Äh Ihre Geschwisterkiste und sowas Und dass das Königreich von Ikana Untergegangen ist Ich glaube das ist noch mehr drin Als das was ich jetzt gerade im Kopf habe Aber ja ähm Da ist halt die fünfte Phase Akzeptanz Und Wenn man dann halt am Ende das Spiel durchgespielt hat Hat man Link akzeptiert Dass man halt verreckt ist Mhm Im Endeffekt Dadurch dass man allen geholfen hat Äh Ihren Zustand zu akzeptieren Findet man seine eigene Akzeptanz dann quasi Ja Erreicht den eigenen Zen-Punkt Ähm Das ist halt auch so einer Das hat mich immer so Seitdem ich so diese Theorie gehört habe Hat mich das immer so fasziniert An diesem Spiel Halt dieses ganze Setting alles Dieses etwas düstere Was man überhaupt nicht von Nintendo gewohnt ist Also so überhaupt nicht Vor allen Dingen zu der Zeit Muss man auch sagen Also es wird ja jetzt mittlerweile So mit Jahren und Jahren wird es besser Nintendo Äh Will auch aktiv zeigen Okay wir Wir sind nicht mehr diese kleine Kinderspiele-Schmiede Sondern wir wollen halt ganz klar hier erwachsen Und bla und blub Ähm Und das war halt so Das hat damals eigentlich gar nicht so reingepasst In das äh Wobei ich das nicht unbedingt unterschreiben will Ja Also ich sag jetzt einfach mal Aber Ich meine das halt auch wirklich Im Sinne von Wie sie sich nach außen Zur allgemeinen Äh Zur allgemeinen Käuferschicht Nicht zu den Hardcore-Fans gegeben haben Ne Es war halt schon so wirklich Dieses so Alles ist auf Alles ist schön Und alles ist sehr family bezogen Und alles ist sehr Sauber Sag ich jetzt mal Ne Das war halt so Dieser allgemeine Ausblick nach außen Äh Was Was ich auch Ich sag mal so einfach Äh Vor allen Dingen Von meiner Zeit Äh Bei GameStop Sehr unterschreiben muss Das ist halt Das ist der Eindruck Den vor allen Dingen halt auch Eltern haben Von Nintendo Ja natürlich Deswegen Ähm Und ja das hat mich immer so fasziniert Deswegen Deswegen Ähm Ähm Habe ich mich auch immer sehr Ich habe immer sehr sehr gehofft Vor allen Dingen jetzt nachdem Ocarina of Time ja mit dem 3DS erschienen ist Dass sie halt eine Umsetzung für den 3DS machen Und Die kommt ja jetzt Nächstes Jahr Ich glaube Frühling ist es Oh Glaube ich Soll im Frühjahr erscheinen Genau Erstes Quartal ist so eingepeilt Kommt dann jetzt ja auch die 3DS Umsetzung Ich bin Äh Also Sobald mein Holt ihr euch die Special Edition Es gibt eine Special Edition Ja natürlich Gibt es die bei Amazon Special Edition Box ja Es gibt eine Special Edition Mit einem Mit Steelbook Und so einem kleinen Pin Anstecker Guckt ihr denn nicht eure Nintendo Directs Nein Natürlich nicht Keine Zeit dafür Ähm Okay Muss ich gleich mal gucken Wo ich die finde Ähm Ne Also ich bin super gehypt Ich freue mich richtig drauf Ähm Und ich finde es super interessant Also es ist halt Finde ich klasse Das ist so Mein Wort zum Sonntag allgemein So mit Joe's Mask Als jemand der es nicht gespielt hat Ja Also ich bin Wir spielen es hier auch momentan Oder immer noch Wie weit seid ihr eigentlich gerade Ich glaube Wir waren Jetzt sind wir glaube ich Äh Im In diesem Äh Ikana Tempel Oder so Was ist das Also wir sind schon im Tempel Ich glaube Wir haben die Lichtpfeile Auch schon Und müssen da dann jetzt halt Äh Den Tempel drehen und sowas Ungefähr so weit Und äh Ich habe es vorher auch noch nie gespielt Und jetzt mit Dommel Äh Halt zu spielen Ist schon ganz angenehm Weil er zockt halt Und ich kann mir das Spiel angucken Mhm Und ich bin Ich finde Ich finde es echt gut Also Ich habe es Äh Vorher halt auch Äh Nicht spielen können Ich hatte kein M64 Und deswegen Bietet sich das ja jetzt so an Mhm Mhm Gefällt mir sehr sehr gut Ich freue mich auch drauf Das wieder mal spielen zu können Und vor allen Dingen Nintendo hat ja auch Nintendo hat ja auch angekündigt Dass es wohl sehr sehr viel Äh Neues In Anführungsstrichen geben wird Da bin ich echt Ich bin gespannt Was sie da jetzt vorhaben Ich bin gespannt Wie weit sie das Spiel ändern wollen Wie weit das grafisch aufgewertet wird Weil ich muss schon sagen Ähm Der Wir haben ja auch Wir haben ja im letzten Cast Über Äh Die 3DS-Umsetzung von Ocarina of Time geredet Haben ja auch gesagt Dass Link im Endeffekt vollkommen Äh Überarbeitet wurde Vom Charaktermodel her Und von den Emotionen her Und wenn sie das jetzt im Endeffekt Äh Ein bisschen ausweiten Für Majora's Mask Also sie müssen Sie müssen von mir aus Nicht alles updaten Aber halt Sagen wir mal so Wenigstens die Models Ein bisschen auffrischen Sag ich jetzt mal Nicht so krass wie Link Muss nicht unbedingt sein Ähm Und halt sag ich mal Vielleicht so paar Hier keine Ahnung Ein, zwei neue Quests reinbauen Das fände ich persönlich geil Ich weiß nicht wie es da mit euch aussieht Als Personen die das halt gespielt haben Im Sinne Ich Wo Ich hab nicht gelesen Dass sehr viel geändert wurde Ich hab gelesen Dass Sachen anders sein sollen Aber ich würd mir da jetzt Erstmal nicht zu große Hoffnung Tatsächlich machen Ich denk auch nicht Dass da was groß geändert wird Ich glaub auch nicht Also ich glaube auch Man sollte sich da wirklich Auch nicht zu viel Von versprechen Äh Also ich mein jetzt Nicht zu viel Von den Änderungen Lieber die Erwartungen Runterhalten Und dann positiv überrascht werden Ja Ich sag's mal so Die einzige Feste Erwartung Die ich wirklich dran habe Ist halt einfach Dass es Auf dem Niveau Vom Ocarina of Time 3 DS ist Ja das wird's auf jeden Fall Ein überarbeitetes Link Model Und ansonsten einfach Ne sehr sehr solide Sehr sehr solider Port Das erwarte ich mir Und ich gehe einfach davon aus Also das Es würde mich wundern Wenn Nintendo das nicht liefert Weil wieso sollten sie es nicht liefern Nö nö Deswegen Ähm Gut Sonst irgendjemand noch was zu sagen Zu Majora's Mask Ansonsten würde ich nämlich sagen Sind wir durch Ja 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 Ich bin sowieso schon In In Informationen Ertrunken Okay Das waren jetzt auch gut Eine dreiviertel Stunde Eigentlich Beinah Ja also wir sind Alleine mit Majora's Mask Ist halt jetzt Auch wieder so Auf der Zeit Denk ich mal Von unserem letzten Castle Ocarina of Time Wenn jemand die Anspielung Eben versteht Bekommt er Einen Eine Einen Platz In meinem Herzen Welche Anspielung Welche Anspielung Ja das Ihr habt sie schon mal Nicht verstanden Kein Platz In meinem Herzen Ich hab sie auch nicht verstanden Traurig Ähm Okay Gut Ja Dann würde ich sagen Ähm Danke euch allen Fürs Zuhören Danke ans Team Danke dass ihr wieder mitgemacht habt Ähm Es war auf jeden Fall Sehr interessant für mich Vor allen Dingen Weil ich das Spiel halt Äh Zwar sag ich jetzt mal Über meinen Konsum Der Medien kenne Aber selber halt Noch nicht gespielt hab Was jetzt demnächst kommen wird Ähm Und ich freu mich umso mehr Umso mehr Auf den 3DS Release Wenn ich es dann jetzt zocken kann Ähm Ja Das war der Vierte Teil Und zwar Legend of Zelda Reihe Äh Das nächste Mal geht es dann weiter Mit Äh Oracle of Seasons Und Oracle of Ages Mal schauen wie schnell Wir da jetzt durchkommen Weil die Spiele doch schon Sehr unterschiedlich sind Muss man sagen Ähm 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 Aber jetzt kommen so langsam Die Spiele die ich alle Gespielt hab Genau Denk ich dann auch Äh Dann kommen wir Dann kommen wir auch demnächst Halt dann auch zu Wind Waker Und so sagen Können eigentlich nochmal Wind Waker spielen Ich hab das eh auf der Wii U Bevor wir hier Äh Ja klar Memory Memory auffrischen Hast ja Äh Noch paar Wochen Zeit Gut Äh Also wie gesagt auch nochmal Äh Wie schon erwähnt Danke an mein Team Danke dass ihr mitgemacht habt Alles ist sehr cool Äh Immer doch Wissen die Leute eigentlich Wollen wir den ganzen Scheiß immer aufnehmen Äh Könnte ich eigentlich gerade mal erwähnen Heute ist der 21. November Also sehr zeitnah Die Folge kommt ja jetzt am 26. November Ich glaub er mein Uhrzeit mäßig Ich glaub er meinte eher Dass es 20 nach 1 ist Ja Achso 20 nach 1 nachts Ja Menschen müssen ja arbeiten Und so einen Scheiß Äh Nur für euch Für arme Menschen Genau Basten Ähm Ja Ich will jetzt auch nicht zuhören rumlabern Danke fürs Zuschauen Danke fürs Zuhören Äh Bleibt noch ein bisschen dran Für den Abdank Und wir krümmeln uns Bis zum nächsten Mal Game on man Hey Roadies Danke nochmal fürs Zuhören Wir würden uns sehr freuen Wenn ihr uns auf unserer großartigen Website www.victoryroad.de Besuchen würdet Und auch mal dort In eine unserer anderen Shows reinhört Beziehungsweise reinschaut Da hätten wir Äh Die Spaß Trainer Dommes Grandiose Brutale Äh Show Wo er und Demi Sich richtig coole Pokémon Kämpfe liefern Im Pokémon Showdown Und wir hätten uns In unserem Podcast Des Indie Bonbon Podcast Ähm Wo der Dominik Und drei Gäste Insgesamt über vier Indie Spiele reden Und euch sagen Ob die kaufenswert sind Darüber hinaus Freuen wir uns immer über Likes auf Facebook Und Follower auf Twitter Und selbstverständlich Abos unseres YouTube Kanals Äh Die Links Findet ihr selbstverständlich Auf der gerade erwähnten Website Und wir freuen uns immer Wenn ihr uns unterstützen könnt Über Patreon Und falls ihr das nicht könnt Freuen wir uns selbstverständlich Wenn ihr die Aktion Mit euren Freunden und Bekannten teilt Nochmals www.victoryroad.de Bis zum nächsten Mal Dankeschön